Lalalalalalalala Oh So, erstmal hier in Ruhe anpinnen. Warte mal, ich muss mal eben kurz unten... Ich hab unten was vergessen. Mal eben kurz unten anrufen. So, ich sag gleich Hallo Augenblick, ich muss kurz unten anrufen. Sagt sie, wenn ich was brauche, soll ich unten anrufen, dann geht keiner dran. So, ich sag gleich noch ein. So, Leute. Hallihallo, hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich sag schon mal Hallo. Ich bekomme gleich noch was zu trinken geliefert. Venom ist da. Nigen ist da. Dunkles Stahlherz ist da. Bruder Senf ist da. Exi ist da. Markus M. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Fabian K. Ist doch klar. Der Elfbau 0815. Gumba-Junge. Janik. Hallo. Manuel. Kuckolock. Wesby. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Sascha K. Patrick. Friedrichsen. Alle Menschen sind da. Rade Jupps. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Venom und Walküre geben sich alle Mühe, um alle Schmeckel der Welt zu gewinnen. Das ist ihr großes Ziel eines Tages. Was wird passieren? Venom, was machst du denn, wenn meine Antifassionsschmeckel mehr an deine Frau fließen? So. So, Markus M. Dankeschön für 35 Monate. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, dem Bein geht es so mittelprächtig bisher. Mittelprächtig. Die Krämpfe haben ein bisschen nachgelassen. So, ist es aber immer noch ein bisschen der Nachschmerz. Vor allem das Rumsitzen kotzt mich dann immer an. Also beim Sitzen wird es echt nur am schlimmsten. Danach so ein, zwei Stunden. Und wenn ich es dann wieder hochlege... Oh, so viel Stahlherz haut einen VIP-Piesel raus. Dankeschön. Ich küsste ein künstliches Hüftgelenk. Naja, es ist eher ein künstlicher Anus. So, jetzt muss ich meinen Trinken mal hier bereitstellen. Du und ich und sie treiben selbstständig. Du und ich und du und du machen Leid, wenn ich liebe, Baby. Ah. Ja, Austrian Redneck, Alter, haut fünf Monate raus. Dankeschön. Wann ist Jim Vlog? Weiß ich nicht. Also, sechs Wochen darf ich gar nicht belasten. Da muss man mal gucken, wie weit es ist und so. Ich bin ein alter Mann. Ob die Wundheilung ausgereicht hat erstmal, um mich wieder aufs Bein zu kriegen oder so. Janna, ey, aggressives Hallö, ey. Oh, schönen guten Abend. Aggressives? Ich muss schmollen gehen. Warum? Schmollen nicht. Kleine Schmolmer. Oh, kleine Schmolmer. Ich muss bei dem Wort schmollen. Ich muss immer sofort an Findet Nemo beziehungsweise Dori denken. Ja. 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 Der Panzer gibt's. Naja, ich kann den immer mal abnehmen. Ja, Janna, siehste, guck. Du bist schmollig, ich bin rollig. Deswegen Larry. So, ähm, weiterspielen, ne? Ich klicke schon mal auf weiterspielen. Dann sind wir schon mal hier. Dann können wir uns hier den, 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 den sexy Gnom angucken. Ich konnte ihn nicht vergessen. Ich wollte gerade ganz kurz darüber nachdenken, wo wir eigentlich stehen geblieben sind. Ja, und dann hier sind das Fußnägel. Sieht aus wie Zehn. Ne? Es sieht wirklich aus wie Zehn und nicht wie Flugzeug-Sitze. Moin, ich Sack-Schnüffler. Und dann korrigiert Peter auf ihr Sack-Schnüffler. Na, Peter? War da wieder der Wunschvater des Gedanken? Der blubbernde Bernd. Der weiß Bescheid. Wenn das Wort Anus fällt, dann ist er da. An Tirol! Moinsen! Alle denken, er meint damit, dass die Abkürzung von der Anton aus Tirol aber eigentlich Anus aus Tirol. Nein, nein. Ach, ja. So, Philipp. Hi. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, Lappen. Wie das so ist, ne? Alle erhalten sehr große Vorteile bei der Partnerwahl mit Kunst, Anus. Ja, deswegen habe ich mir auch einen zugelegt. So ein echter ist eh Quatsch. Die sind einfach nicht effizient genug. Ich habe einen Sackfetisch. Also, wenn ich mir jetzt einen Onlyfans mache, wo ich Fotos mache, wie mein Hoden von oben ins Bild hängt, während im Hintergrund so die Landschaften oder die Sonne untergeht und so, ne? dann hätte ich auf jeden Fall schon mal einen Onlyfans-Fan. Einfach so Sack vor Sonnenuntergang. Das wäre doch schön. Aber halt an mehreren, ne? Ich meine, ich wohne in Bayern. Hier gibt es ja viele schöne Landschaften. Die ist gelohnt. Guten Abend zusammen. Heute ist Larry-Tag. Die letzten vier Streams. Hey, hallo. Erstmal willkommen zurück. Schön, dass es dir gut geht. Und, ähm, ja. Larry ist im Moment das Ding. Wenn ich Larry durch habe, gehe ich, glaube ich, auf Like a Dragon. Ich würde gerne Like a Dragon noch spielen. Ich habe dafür viel Geld bezahlt. Tja, wie meine Abendbegleitungen. Die sind auch nicht günstig. Andreas Hübner. Ja, und der Hübi. Der Hübi haut einen Fünfer raus. Sehe ich hier im Superchat. Guten Abend, Herr Hübeli. Vielen Dank für den Support. Dankeschön für 5 Euro im Superchat. Die Mary ist auch da. Hallo. Ich gucke ein Livestream an und gleichzeitig einen Film. Der Marsianer. Was? Der Marsianer? Ist das hier der Rettet Mark Watney-Dings da? Den mag ich. Das ist so ein Film, den ich nach Zurück in die Zukunft immer gucke, wenn ich krank bin. Weißt du, eine Freundin von den Abendbegleitungen, ja, die leiten mir immer Geld dafür. Meine Abendbegleitungen heißen Süßigkeiten. Früher hätte ich gesagt, die drei goldenen Gs. Girls, Ganja und Grapefruit-Eistee. Aber die meisten Sachen habe ich nicht mehr. Nun, schade um den Eistee. Freunde, wir spielen ein bisschen Larry und schauen mal, was uns denn heute Abend Larry Leffer bringt. Ich meine, wenn ich mir jetzt die Haare so zurückkämmen würde, mir einen weißen Anzug anziehen würde und mal die Kamera anmachen würde, damit ihr mich sehen würdet, dann würden viele Dinge auch irgendwie vielleicht ineinander verschmelzen. Aber jetzt erstmal einen guten Schluck. Vita Limo Exotic. Die erfrischende Kombination aus Mandarine und Mango schwingen auf einer Zuckerwelle über die Geschmackspapillen und breiten sich zwischen den Zähnen und dem Kariusbaktus aus und bringen dort eine Komposition aus Freude direkt von der Zunge in den Magen. Hm. Erfrischend. Leider kein Sponsor. Also, liebe Firma Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH aus der Kasseler Straße 76 in Schmalkalden. Klingt, als wäre es ganz weit außerhalb der Zivilisation am Arsch der Welt. Und falls ihr das hier seht, ich bin total Brand safe. Ja? Auch wenn ihr jetzt gerade zufällig einen Sadomaso-Zwerg und einen Baum mit Brüsten und Keuschheitsgürtel seht, das ist nicht grundsätzlich die Art und Weise, wie ich Produkte verkaufe. Wir können darüber reden. Nein, Leute, aber das schmeckt halt ganz gutes Zeug. Ich trinke das gerne mal. So zwischendurch ein, zwei Schlückchen. Wie gesagt, so eine Pulle hält bei mir auch fünf Tage so eine große. Ich hätte es lieber in kleineren Portionen eigentlich, um ehrlich zu sein. Weißt du, kleine 05er-Dinger, wo man dann abends Miu Miu. Ich weiß nicht, Berserker kennt kein Mensch. Aber es steht auf der Flasche. Wofür ist schmalkalden bekannt? Zaubere Industriebranchen wie der Mittelbrunnenbetrieb Thüringer Waldquell, die Schokoladen- und Marzipanfabrik Wiber, schmalkalder Wurst- und Fleischwaren, schmalkalder Werkzeuge, Forschungsinstitute eingeschlossen, tragen zum Bekanntheitsgrad der Stadt und der Thüringer Produkte bei. Das sagt Google dazu. Schmalkalden beim Zweiten Weltkrieg zweimal das Ziel von Luftangriffen, schwerer strategischer Bombe der 8. US Air Force. Eieiei. Da war was los, du. In der alten Lutherstadt. So, Freunde, ich würde sagen, das war's. Jetzt haben wir ein bisschen was gelernt. Warte mal kurz, wir machen mal hier, damit ihr auch, dann habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Erotik. Leider habe ich jetzt natürlich den Greenscreen im Moment nicht. Oh, oh. Oh. Los, schwing noch mal. Er schwingt nicht mehr. Er schwingt nicht. Ne, leider schwingt er nicht. ist ja geil, wenn ich jetzt ein Mundspray gehabt hätte, das wäre cool, oder? So, okay, also, fangen wir an, Leute. Würde ich sagen, klicken wir mal hier auf ein paar Sachen. Gott. Oh, schrecklich. Der ist ja noch schlimmer als im Kleinen. Aber wie war's denn? Ungefähr so, gell? Am Handy keine Leute markieren. Ja, Coco, das ist super kacke. Das ist super kacke. Ich weiß nicht, warum YouTube da hat da immer Probleme, aber wenn YouTube, das ist dieser riesen Algorithmus bei YouTube und wenn du dann so eine Kleinigkeit veränderst, bist richtig am Arsch, So, also, wir wollen mal gucken. Wir sind hier von kannibalistischen Frauen, ein Frauenstamm hat uns gefangen genommen. Wir haben noch eine Goldkarte, ein Wodka, eine Infobroschüre und die Schlüssel. Handfach, Handgepäckfach. Aha, da ist doch Handgepäck. Das nehme ich mit. Auch auf die Gefahr hin, dass mich jemand für einen Arzt hält. Ja, Stethoskop ist natürlich so eine Sache, ne? Könnte noch so ein bisschen... Hey, Abrox, hallo! Der perfekte Stream, um nebenbei Bio zu lernen. Oh ja. Hier wird es nachher noch ordentlich biologisch. Was wohl passiert, wenn ich daran ziehe? Oh, was ist das, Alter? Käpt'n Ahab? Ah, das passiert also. Na, da ist doch ein Schlüssel. Ist das eine Flugbegleiterin gewesen? Oder ein Flugbegleiter? Muss eine gute Diät gewesen sein. Skelettarm. Ein dritter Arm ist nie falsch. Oh, man kann den Skelettarm mitnehmen. Es ist Monkey Island auf einmal. Nice. Ha. Oh, warte mal. Sein Arm ist zu kurz. Wenn mein Arm nicht lang genug ist, hilft eine Verlängerung. Oh ja. Habe ich eigentlich Mr. Premium schon Danke gesagt für 6 Euro im Superchat? Oder war ich zu abgelenkt von meinen merkwürdigen Spielchen? Mr. Premium, Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Support. Vielen Dank für 6 Euro. Swingle! Ey, komm, Swingle. Ey, komm, Swingle. Hast du eine Idee, wie wir hier rauskommen? Aber Herr Larry, warum sollte ich denn hier weggehen? Muss mal ganz kurz hier einen Haufen Tabs schließen. Weil die uns essen wollen. Aber Herr Larry, was ist denn dagegen zu sagen, wenn man vernascht wird? Oh Gott. Was ist denn, Herr Larry? Gute Güte. Sie sind auf einmal so blass geworden. Du, du. Ja? Ja? Du bist ja schlimmer als ich. Vielen lieben Dank, Nudels! Hallo! Hallo! Wie war das nochmal mit der Höhle und den Schlüsselsteinen? Eine der hiesigen Legenden, mein Herr. Eine Höhle soll tiefes Wissen all denen geben, was mit Dingel passiert ist. Äh? Ekstase, also. Ekstase. Ist jetzt Schwingel. Schwingel. Und braucht einen verschollenen Schlüsselstein, um sie zu öffnen. Verschollener Schlüsselstein? Nicht. Ich gebe jetzt kurz hier Fabel anschließen. So. Das ist nicht Dingel. Sein und Lallas Sohn, was? So, Sepp. Grüß dich. Aber mal im Ernst. Wie können wir ausbrechen? Nun, gar nicht. Aber das ist nicht schlimm. Bald gibt es wieder Essen. Vielleicht sollten wir einen Hungerstreik erklären. Aber davon werden wir doch nicht satt. Okay. Ich kümmere mich allein drum. Ich bin hier reingekommen, also komme ich auch wieder raus. Das sage ich mir beim Sex auch immer. Ah. Bis dann. Yeah, Swinger. Der Schneemann hat zwei Möhren. Von hier aus komme ich nicht ran. Das war mal eine Eistruhe. Aber heute nicht mehr. Hm. Versuchen wir es. Swingel. Gehen wir da oben an den, an das Kabel. Aber mal im Ernst. aber das Wald vielleicht soll aber da. Okay, ich bin hier. Ah. Bis dann. Hi, Dorian. Schönen guten Abend. Ah. Kann ich damit irgendwie hier die Lücke? Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist gut, so wie es ist. Damit könnte ich was hören. Das sind zwei Kannibalinnen, die hier Wache halten. Aber das ist nur eine Phase. Ich glaube, das machen alle von uns durch. Das vergeht wieder. Aber ich bin einfach neugierig. Was interessiert dich an Männern denn so? Mit denen kann man nichts anfangen. Ich habe noch nie einen Nackt gesehen. Du weißt schon. Ferrox, hallo. Nicht so verkokelt und schrumpelig. Du solltest dich lieber auf deinen Job konzentrieren. Sonst ist die Königin wieder so sauer. Nein. Und vergiss nicht, nach deiner Schicht das Grumbot zu aktualisieren. Ich kann ihr alles zeigen, wenn sie will. sie meinte, verkohlt und schrumpelig, hat sie sie noch nie gesehen. Das verkohlt könnte ich wegstreichen. Aber schrumpelig bleibt vielleicht. Hi Smauk, guten Abend. Clubkarte hier. Das hilft mir nicht. Nicht? Besser nicht. Das muss mit Strom versorgt werden. Das sieht ziemlich alt und verlottert aus. In diesem Zustand leitet es keinen Strom. Hier raus. Schönen guten Abend. Oh, den letzten Stream noch nachschauen. Dann aber schnell. Mach dreifache Geschwindigkeit und dann bist du schneller wieder hier. Okay. Lämpchen. Schlämpchen. Wodka. Tingelbock auf Wodka. Swingle. Nicht Tingel. Copyright und so. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das weißt du gar nicht. Hm. Das ist gut, so wie es ist. Das hilft mir nicht. Wird die Flugzeug hier nicht einfach öffnen? Hm. Lässt sich leider nicht öffnen. Captain Spare Rib. Ich habe schon ein ganzes Skelett in meinem Körper. Zwei Skelette ist wohl besser als nur eins. Hi, Geralt von Riva. Ich grüße dich. Übersehe ich hier irgendwas? Kabel. Wie könnte man... schon langen keinen Bademantel mehr singen gehört XD. Ich habe mich zu Tode erschrocken. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh Gott. Danke, Kay. Weißt du, das ist immer so mies, wenn so... Dann sitzen die zu Hause und können sich so mental schon drauf vorbereiten und alle anderen... Boah. Aber danach entspannt sich das Bein, wenn der restliche Körper plötzlich krampft. Ich trage Kopfhörer. Ich auch. Oh. Ich brauche irgendwas. Der kam gut. Ja, allerdings. Hier stehen ein paar langweilige Ekt. Viele hübsche Bilder, die ziemlich alt zu sein scheinen. Irgendwo im Archipel wächst ein seltener Pilz mit einer starken Biolumineszenz, der die Herzfrequenz stark absenkt, wenn man ihn ist. Die Orchideen hier sind wohl alle ziemlich... Ich will gar... Ich mache mir immer Sorgen. Weißt du, ich lese dann immer Sachen oben da, weißt du, im Schwarzen Meer und so. Da ist ja immer ganz schön unruhig im Moment. Boah, und dann trompetet der hier rein, Alter, dass mir aber... Ne Ei aus der Hose pellt, Junge. Der böse Bär ist da. Hallo, böser Bär. Ich weiß, dass du gar nicht so böse bist. Strom aus der Goldkarte... Bär ist er nicht. Ne, will er nicht. Ist hier vielleicht noch irgendwo was drin? Esrock, einen wunderschönen guten Abend! Was ist jetzt, wenn ich nochmal am... Oder kann ich hier das... Das ist gut, so wie es ist. Oh Gott, ich brauche kurz... Oh Mann. Blue Mermaid, hallo. Einen wunderschönen, hübschen Tag wünsche ich dir. Das hilft mir nicht. Schlüssel und der Gürtel? Welcher Gürtel? Besser nicht. Ihr dürft nicht lieben, wie Kreis dich erschreckt. Kreis ist ein alter Mann. Gefährlich nah, close to the edge. Hilft eine Verlängerung. Wenn mein Arm nicht lang genug... Was hat das Trainieren was gebracht? Hast du was gemerkt? Was trainieren? Meinst du das Bein trainieren? Oder was das dreimal gebrochene? Mit dem kann ich auf jeden Fall zur Zeit gar nichts trainieren. Aber wenn du meinst, mal so ein paar Schritte so tun, als würde man richtig laufen können, mit Unterstützung von Krücken, dann ja, ein bisschen. Swingle. Aber mal im... Nun, aber... Oh, ich... Ach du, ach du bist es. Du warst im Fitnessstudio und hast mit trainiert für mich. Naja, gut geht's. Ich weiß nicht, hast du irgendwie auch Brust ein bisschen gemacht? Ich hab so Muskelkater im... So Brustvorderer, so ein bisschen Richtung Bizeps über die Schulter. Fabulos! Einen wunderschönen! Erauthentik! 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 Butterfly und Dipchin. Ja, könnte sein. Ein bisschen merke ich was. Das wäre krass, oder? Wenn so Fitness-Paten schafft. Die Leute, die gerne Fitness machen, gehen halt einfach zweimal. Und die Leute, die nicht gehen werden, werden aber trotzdem automatisch trainiert. Das kleine, viereckige Blech im Hintergrund. Das hier, ne? Nee. Oder das? Oh, hier ist was. Tür. Da geht es nach draußen, aber davor steht eine Kannibalin. Gumi! Hallo? Kannst du mal reinkommen? Oh ja, kann sie. Was willst du? Raus. Kann ich was zu essen bekommen? Ihr bekommt euer Futter, wenn ich es will. Aber ich hab jetzt Hunger. Ich entscheide das. Doof. Kubis, Nubi. Dabei bringe ich jetzt, dauert irgendwelchen Leuten was zu essen. Beinpresse 160 pro Bein. Alter, nee, hab ich nicht gemerkt. Worüber spricht ihr beiden da draußen? Hast du uns etwa belauscht? Nein, ich hab's nicht ganz verstanden. Deswegen frage ich her. Hi, Taube! Schönen guten Abend. Du bist unser Gefangener und ich darf eigentlich nicht mal mit dir reden. Wie ist denn so der Alltag als Kannibalin? Was genau willst du denn wissen? Was ihr so den ganzen Tag macht? Die Königin sagt, dass wir nicht mit Fremden darüber reden sollen. Aber ehrlich gesagt, anstrengend. Seit die Königin uns organisiert, müssen wir dauernd Sprints machen. Ich hasse Sprinten auch. Alles muss agil sein. Ihr seht aber auch echt gelenkig aus. Nein, ich spreche von Scrum. Scum? Nein, das ist unsere Arbeitsweise. Scrum, ne? Ich werde immer so müde, wenn Leute um Arbeit zu sehen. Jenny, bring den Sommer in den Chat. Hi. Ein Wunderschön. Wenn du ein Mann bist, kannst du den Job jedenfalls nicht stemmen. War's klar. Hallo, was soll das? Gleichberechtigung. Was macht man denn so als Wache? Man bewacht Dinge. Du musst doch regelmäßig nach dem Rechten sehen. Vielleicht solltest du mal eine Zelleninspektion machen. Warum? Ich könnte einen Ausbruch planen. Du? Aus dieser Zelle ist noch niemand rausgekommen. Ja, was soll das, Alter? Jetzt, die nehmen mich irgendwie nicht ernst, oder? Was soll das da sein? Markus, mach es gut. Das ist nichts Neues. Der ist total krank, in jeder Hinsicht. Er erzählt mir was davon, wie toll der Sex ist, wenn man dabei eine außerkörperliche Erfahrung hat. Klingt an sich so schlecht. Ich will es gar nicht rausfinden. Mir ist langweilig. Mir auch. Kannst du uns ein Brettspiel bringen? Was ist ein Brettspiel? Man hat ein Spielbrett, auf dem man Figuren verschiebt. Habt ihr sowas hier nicht? Kann man die Figuren essen? Nein. Dann haben wir sowas nicht. Na toll. Lass mich raus, sonst schickt mein Gott einen Sturm, der die Insel vernichtet. JB, hi. Das will Gott nie tun. Er hat uns diese Insel geschenkt. Eine Insel, auf der wir ganz wir selbst sein können. Wo Männer noch ihren Platz haben. Ich will nicht wissen, wo der genau ist. Jetzt kommt ein Satz, den ich die ganze Zeit schon sagen will. Wenn du einen ungegrillten Mann nackt sehen würdest. Naja, sowas haben wir nicht so oft hier. Und wenn, dann nicht lange. Das könnten wir ja ändern. Bist du denn ein typischer Mann? Ich bin natürlich überdurchschnittlich. Echt? Also, das macht mich schon neugierig. Hi Katja! Gut, dann zeig mal. Du willst keine Zeit verlieren, was? Meine Schicht ist bald rum. Also los. Die trägt einen Affenarsch als Ruth. Okay, der ist zumindest nicht gegrillt. Ja! Aber auch total schrumpelig. Äh, ja. Er ist wetterfühlig. Er ist wetterfühlig. Ich hab auch Migräne. Jetzt klingst du wieder wie die Frauen, die ich sonst immer treffe. Sie müssen ihn mal anfassen. Was meinen Sie, was dann passiert? Gute Güte. Tingelt! Halt dich da raus! Also, er hat nicht direkt Unrecht. Aber jetzt hab ich das auch mal im Original gesehen. Danke. Immer gern. Vor allem dann, wenn man nicht verklagt wird. Erinnert mich irgendwie an das Futter für euch. Jetzt will ich aber wirklich was zu essen haben. Naja, es ist eigentlich immer noch keine Fütterungszeit. Aber da du mir deins gezeigt hast, zeig ich dir jetzt auch meins. Ja? Ja? Ein Moment. Das sieht sehr appetitlich aus. Jedenfalls appetitlicher als das andere. Bei dem kleinen Kerl, da können wir machen, was wir wollen. Er setzt einfach kein Fett an. Oder es dauert einfach länger. Meine Körperflüssigkeiten sind nun einmal immer im Schwung, gute Frau. Was hab ich bekommen? Eine Wurst! Ein schrumpeliges Würstchen. Kann ich das... Jawoll! Das passt da genau rein. Jetzt muss ich Tingels nur noch sagen, dass das da die Lücke anfassen muss, oder? Komm, Tingels. Kann ich die nochmal abhören? Ich hab genug gehört. Aber ich beiße nicht rein. Ich kann sie ja nochmal rausnehmen. Dann kann ich die vielleicht... Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Wie, die Lücke da oben funktioniert nicht. Das ist keine gute Idee. Zwingel, keine Lust auf ein schrumpeliges Würstchen. Hm. Das passt da genau rein. Hallo? Kannst du mal reinkommen? Was willst du? Hm. Dem kleinen Kerl hier geht's nicht gut. Das ist nichts Neues. Er ist total... Er erzählt mir was davon. Vito... Ich will... Ach, nichts. Jetzt hab ich zwei schrumpelige Würstchen. Ja, aber eins hab ich da da in die Lücke gestopft. Kann ich tinkel... Das würde ihm nicht... Ich glaube nicht. Das verspricht mir keine Genüsse. Versuchen wir es. Aber guck mal, jetzt ist ja grad gar kein Strom mehr da. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Wenn mein Arm nicht lang... Holger... Holger... Fährt mit seinem Dampfschiff auf der Volga. Da traf er eine Frau... Mit dem Namen Olga. Und sie sagte zu ihm... Ich mag es doll, ja. Äh... So, warte mal. Ähm... Ich muss ja erst mal gucken. Hä? Wunderschönen guten Abend nach der Erocase. Ein Wunderschön. Ich hab ja die ganze Zeit die Idee, dass dieser kleine Kerl seine Hand da reinstopft. Aber warum macht er es nicht? Das ist die Frage. Vielleicht muss ich die Lücke einmal mit rechts... Da ist die Leitung unterbrochen. Ja. Ah. Du. Ich brauche deine Hilfe. Tut mir leid, mein Herr. Die Kay hat nur 100 gewürfelt. Aber ich kann mir gerade nicht an eure Hose heran. Das meine ich nicht. Auch. Geht nicht. Kommst du an das Kabel? Uh, Herr Larry. Hat die Kay nur 100 gewürfelt? Sturmstöße. Wie verwegen. Ich kann das dann hier nicht verstehen. Sie wären langweilig. Soll ich die Kabelenden an meinen Nippeln befestigen? Ja. Es reicht schon, wenn du es hältst. Naja, okay. Warte, ich muss kurz hier meine Sound-Dings reparieren. Es stürzt manchmal ab, wenn ich OBS starte. Keine Ahnung warum. Checking for update. Vielleicht hat es sich für immer aufgehängt. Nö. An Birulu. Ein Wunderschön. Also er hat jetzt, hat er jetzt offiziell... Versuchen wir es. Mein Bein geht's, ja, so mittelmäßig. Immer noch gebrochen, aber der Heilungsprozess ist jetzt so drei Wochen vorangeschritten. Los, wir können von der Insel fliehen. Willst du den kleinen Kerl etwa zurücklassen? Naja, sie haben ja nicht zu pressen gehört. Wir werden alles tun, um ihn zu retten. So kenne ich dich. Sie gehen schon, Herr Larry. Ich hätte gedacht, sie wüssten die Gesellschaft dieser feschen Damen zu schätzen. Und ich hatte gehofft, wir würden uns noch viel näher kennenlernen. Ah. Viel intimer. Aber wo ich genauer darüber nachdenke, wir können ihn auch hier lassen. Ah, das Bein so ein bisschen hochlegen. Wenn sie so findig sind, dass sie sogar aus diesem exzellent bewachten Gefängnis ausbrechen können. Mit ihrer Hilfe könnte ich vielleicht sogar diese Höhle des kosmischen Wissens lokalisieren. Wir könnten die Genüsse dort gemeinsam erleben. Naja, ich weiß nicht. Wäre das nicht ganz wunderbar? Ich bin mir da nicht so sicher. Falls sie sich kundig machen wollen, in meinem Hotelzimmer mit der Nummer 69 finden sie ein Dossier, das ich zusammengestellt habe. Darin ist alles, was ich darüber herausfinden konnte. Äh, ich denke darüber nach. Halt die Ohren steif. Nicht nur die. Puh. Wir sind entkommen. Und niemand muss irgendwen essen. Swingle ist noch dort. Ach, der wird schon auf sich aufpassen. Ja, haha. Was machen wir jetzt? Faith hat ihr Gedächtnis verloren. Nicht einmal an mich kann sie sich erinnern. Jetzt denk doch mal nach, wie wir das ändern können, Larry. Hm. Mal scharf nachdenken. Ich. Altenis. Guten Abend. Lege sie so richtig flach. Gebe ihr einen Kaktus zum Essen. Ich füttere sie so richtig an. Lege sie so richtig flach. Larry, du sollst etwas tun, was sie nicht auch direkt wieder vergessen möchte. Gerade eben hast du doch etwas von Swingle erfahren. Seine Reißverschlüsse haben mich abgelenkt. Das mit der Höhle. Was für eine Höhle? Larry, er hat gesagt, dass es auf dem Archipel eine Höhle des kosmischen Wissens gibt. Wer sie betritt, erlangt tiefes Wissen über sich selbst. Ich weiß doch längst alles über mich. Vielleicht aber auch einfach so eine Pioti-Runde. Stimmt. Ob das mit den Genüssen zu tun hat, auf die dieser Knilch scharf ist, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht hat diese Höhle tatsächlich irgendwelche Kräfte, die bei Faith zu einer Selbsterkenntnis führen. Und dann erinnert sie sich. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du mir das Denken abnimmst. Die MS-Tilsiter-Ritte. Du musst also die Höhle lokalisieren und öffnen. Wenn du dann Faith irgendwie das nicht schaffen kannst. Exis neuer Benutzernamen. Im Käseforum. Gebe ihr die Maximalpunktzahl bei Timber. Nein, Larry. Wenn die Legende stimmt, wird sie sich dann an alles wiedererinnern. Das klingt alles fast zu einfach. Okay, lass uns nach Kalawa zurückkehren. Wir sollten in Swingles Suite nach diesem Dossier suchen. Du und ich und sie treiben fest, weil ich du und ich und du und du machen Gleit, weil ich liebe, baby. Das U-Boot, das ist schon irgendwie, erinnert mich das an so ein Ding, was ich im Schlafzimmer habe. Zentrale, bitte kommen. Nachtlicht. Marc, ich danke dir gleich nochmal, wenn der Dialog vorbei ist. Schupe wieder aus. Jan Mai, was gibt es? Haben Sie schon etwas über diesen Larry herausgegeben? Warum essen alle sein Gleitgel? Er hat bei Prune gearbeitet. Was? Wir haben ihn in den Personalunterlagen gefunden. Er war Stripper-Praktikant. Unglaublich. Das muss eine Tarnidentität gewesen sein. Also hat er auch schon Prune infiltriert. Dort vermutlich alle Firmengeheimnisse gestohlen. Aber in wessen Auftrag? Für wen arbeitest du, Larry? Er ist eindeutig eine Bedrohung. Vielleicht sollten sie ihn sicherheitshalber eliminieren. Nein, wir dürfen nicht unser Ziel aus den Augen verlieren. Faith, wenn er es geschafft hat, Prune zu unterwandern, wird er vielleicht auch herausfinden, wie Faith ihre Erinnerung zurückerlangen kann. Ich bin halt einfach der beste Stripper-Praktikant. Wieso können wir herausfinden, wo der Algorithmus ist? Gut. Sie haben mein vollstes Vertrauen und mein bestes Foltermesser. Aber wassen Sie es gründlich, bevor Sie es wieder zurückbringen. Es ist ein Familienabstück. Verstanden. Ich sollte nachsehen, was das Geheimprojekt macht. Hoffentlich gibt es Ergebnisse. Chiara, wie man Stripper-Praktikant werden kann. Naja, ich habe da so ein Dokument gefälscht. Ich habe Druck bis zum Hals. Toller Satz, wenn man in den Raum kommt. Meine Lieblingsingenieurin, mein Genie. Wie laufen die Tests? Nun, ehrlich gesagt nicht so gut wie erhofft. Die Motorik ist noch nicht ausgereift und die KI funktioniert nicht gut genug. Und die Sexroutinen? Die gehören zur Motorik. Was macht er da? Zum Glück haben unsere Testpersonen einen Vertrag unterschrieben, der Klagen wegen Verletzungen ausschließt. Mit dem Algorithmus von Faith wäre alles einfacher. Es kann nicht mehr lange dauern, Dari. Wenn wir die selbst erlernende Routine haben, wird es genau so laufen. Von selbst. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen unser Produkt ankündigen. Das halte ich nicht für ratsam. Doch, Nari. Etwas braut sich in New Lost Wages zusammen. Ich fühle es. Gut, ich fühle auch so ein Jucken im Schritt. Das hängt damit aber nicht zusammen. Vielleicht doch. Wir müssen allen einen Schritt voraus sein. Bald enthüllen wir der Welt. Den Peebot. Boah. Der Peebot. In der Frisur her, in der Atomic Boy. Ja, das stimmt allerdings. Marc, danke schön jetzt nochmal. Für den VIP. Vielen, vielen Dank, Marc. Für den Beitritt in die alte Kreiselbande. Was ist das da? Doch, das sieht mir nach dem Zimmer von Swingle aus. Er hat es sich hier wirklich gemütlich gemacht. Fühlst du nicht, Pee? Bitte such einfach dieses Dossier und lass uns hier verschwinden. Was ist wanky hanky? Soft und saugfähig. Was ist das? Socken? Handtücher? Sie sehen nicht benutzt aus, aber ich gehe auf Nummer sicher und lasse die Finger davon. Manu. Das Kist. Was ist das? Damit kann man eine sehr kleine Welt erobern. Mit dem Tentakel? Eeeh. Eeeh. Seltsame Noppen. Ich weiß, ich soll nicht an Hebeln ziehen, von denen ich nicht weiß, was sie anrichten, aber... Na, jetzt weiß ich wieder, warum ich das nicht tun sollte. Oh Gott. Äh, hallo? Vielleicht ist es ja auch nur ein Taucheranzug, der zum Trocknen aufgeholt wurde. Natürlich, Larry. Warum sollte beim Mund sonst ein Reißverschluss sein? Ja. Für den Schlauch. Total logisch. Total logisch. Mein Freizeitanzug gefällt mir entschieden besser. Den fasse ich nicht an. Ah, den Umschneidildo aber schon. So, dass man sowas einfach wieder abnehmen kann? Mein Freizeitanzug gefällt mir... Ja, Julian, das heißt, du kamst ja gerade im richtigen Moment. Abgeschlossen? Und man kann da keinen Code oder sowas eingeben? Okay, was soll ich wählen? Ja, Mann. 420, ja, Mann. Geht keiner ran? Haha. 916 Call Turk, Alter. Der von Scrubs. Ja! Auch wenn es stumm ist. Nein, die brauche ich nicht. Puh, jetzt habe ich 108 Minuten lang wieder Ruhe. Was, warum? Waren das die Lottozahlen? Oh, 555 Schuh! Dr. Bunshu! Hallo, Dr. Schuh? Keiner dran. Dr. Bunshu, Alter. 555 Nase! Wir sehen uns in der Hölle. Pi, wir können Pi wählen. 1-900-740-Jedi. Hallo, ich möchte mich über einen Bug beschweren. Oh, falsche Nummer. Geht keiner ran? 885, ihr wisst schon, Boobs! Wegen Boobs! 8-00-85-Jedi. Uh, uh! Was? Das ist noch ein Fetischanzug. Ja, nehmen wir mit. Da passe ich nicht rein. Hoffentlich. Aber für Twingles. Tingles. Kleiderschranktür. Ein Gagball. Warum heißt der denn Gagball? Der ist doch gar nicht witzig. Und vielleicht? Hä? Biberstöpsel. Alter. Wie krass war der versteckt? Ich mag Biber. Ja, so ein ordentlicher... Alter, dieses Inventar. Meine Mutter sitzt unten jetzt auf dem Sofa und sagt, ich gucke mal, was mein Sohn da oben macht eigentlich. Klar, geht auf die 40 zu, aber ihr wisst, wie es ist, ne? Ey, Helene Fister war einfach... Koko, das war einfach so gut. Das war so gut, ne? Das ist so mein typisches Reiseinventar, ne? Als ich von der Polizei angehalten wurde, war quasi das 1 zu 1, also bis auf die goldenen Schlüssel, aber das ist ansonsten, war genau das, was in meinem Kofferraum war. Ich stelle mir aber oft manchmal vor, wie wäre das wirklich? Stell dir vor, du hast die Sachen so ohne Verpackung im Kofferraum liegen. So ein kleinwüchsigen Lederanzug, ein Gagball, ein Analplug mit Biberschwanz, dann so ein typischer aus so japanischen Dokumentationsfilmen über das zwischenmenschliche Zusammenleben von Menschen, Massagestab, einen riesigen schwarzen Umschnall-Dildo und so ein Tentakel-Sex-Spielzeug. Und die sagen, ja, zeigen sie uns mal bitte Warn-Dreieck und Dings. Und dann machst du den Kofferraum auf und das liegt da drin. Das muss, ich weiß, meinst du, sie würden sagen, ja, wir wollen nochmal das Auto genauer durchsuchen, oder meinst du, sie würden eher sagen, ja, okay, schöne Weiterfahrt. Sind wir bei Pulp Fiction? Das hat ein bisschen was von Pulp Fiction, Mona, ne? Das hat so Pulp Fiction-Vibes, ja. Das gehört mir, das Auto ist, das gehört nicht mir, das Auto ist geklaut. Normal, wenn du von der Erotik-Messe kommst. Ja, aber was ist, wenn du gerade, meine Ahnung, dein Kind von der Schule abholst? Wo wollen sie denn hin? Ja, ich wollte gerade mein Kind von der Schule abholen. Und dann machen die den Kofferraum auf und finden das. Wenn sie dann sagen, wir müssten sie jetzt mal durchsuchen, sagst du dann, okay, aber lassen sie keine Stelle aus, Officer. Hi, Nils. Hi, Nils. Ja, ich meine, klar, guck mal, der, ähm, was ist so der Dildo im Flughafenkoffer? Der ist ja schon so ein Klassiker, sag ich jetzt mal. Ne? Aber so eine übelst ultra-king, ich sag mal schon fast fetisch-Sex-Ausrüstung, die einfach so unverpackt, kreuz und quer so im Auto liegt. Das scheint eine Größen-Skala zu sein. Die kann ich nicht mitnehmen. Kann ich die nicht fotografieren? Wir können noch nicht gehen. Wir müssen erst Swingles Dossier finden. Bitte such einfach dieses Dossier und lass uns hier verschwinden. Hm. Jetzt fällt man ins Priester-Seminar. Sie sehen nicht benutzt? Hm. Hm. Ah, warte mal. Rot. Grün. Weiß. Schwarz. Was ist das letzte hier? Der? Nee, der ist ja. Den Gag-Boy wieder mitnehmen und den? Fehlt noch was. Oder ist der Gag-Boy so eine Art, wenn man ihn auszieht, ist er länger? Trick. Ich packe erst wieder alle Spielzeuge ein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Rot ist schon der Gag-Boy. Mein Freizeitanzug gefällt mir entschieden besser. Den fasse ich nicht an. Oder muss ich den... Oder muss ich den... Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht mehr. Das ist gut so. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Damit kann ich den nicht aufbrechen. Hi, Toni. Und dann die Nummer anrufen, dachte ich auch gerade. Ja, ja, ich dachte schon, dass ich die Nummer, weil hier ja Zahlen drauf sind, dass ich dann die Nummer anrufen muss. Aber, es ist die Frage, äh... Na, ihr wisst schon. Ne? Aber der ist doch der kleinste, oder nicht? Aber zwei, drei, macht ja keinen Sinn. Dann ist ja die Reihenfolge einfach... Obwohl... Ist da noch Speichel dran? Er sagt keine Farbe, ne? Dann wäre es... Zwei, drei, vier, fünf, eins. Zwei, drei, vier, fünf, eins. Das hat den Safe entriegelt. Yes! Ich bin gespannt, was in Swingles Dossier steht. Schau mal hier, Pi. Das muss das Dossier sein, von dem Swingle erzählt hat. Igitt. Es ist irgendwie klebrig. Fass es nur mit spitzen Fingern an. Ich will mir gar nicht vorstellen, welche Krankheiten du dir damit einfängst. Lass es mich lieber für dich einscannen. Höchstens ein bisschen Gleitcreme oder so. Ich nehme alles daraus in meine Datenbank auf. Dann kann ich dir immer die Information geben, sobald du sie brauchst. Halt mich nur nicht zu nah ran. Bäh. Alles klar. Stell dich nicht so an. So, ich habe alles. Detektiv Dildo bin ich, Alter. Was ist denn alles in diesem Dossier? Swingle war wirklich fleißig. Das sind Kopien von historischen Dokumenten von der Mannschaft, die den Archipel entdeckt hat. Tagebucheinträge und Briefe. Das Logbuch des Kapitäns. Ein paar ziemlich verwirrte Notizen. Und Swingle hat auch Anmerkungen eingetragen. Die Besatzung dieses Schiffes hat tatsächlich diese Höhle des kosmischen Wissens betreten, die Swingle erwähnt hat. Um sie zu öffnen, war ein Schlüsselstein nötig, den sie gefunden haben. An der Stelle sind die Aufzeichnungen etwas durcheinander. Sie haben wohl tatsächlich viel über sich selbst erfahren. Aber bei einigen war das wohl unschön. Was sie jedenfalls erfahren haben, hat sie dazu gebracht, den Schlüsselstein in vier Teile zu zerbrechen. Na toll. Kapitän Muffington, Regible Cockburn, Lady Gobbledick und der Marquis de Conard. Sie alle haben einen Teil behalten. Den Weg zur Höhle haben sie unkenntlich gemacht, damit sie niemand jemals wieder betritt. Das klingt nach einem Job für Larry Leffer. Oh ja! Sie sind alle unter mysteriösen Umständen gestorben. Dann haben wir in den anderen Streams zwei Paar Socken gehäkelt. Perfekt. Nice. Erzähl mir was über den Kapitän. Muffington hat sich zunächst auf eine der Inseln niedergelassen. Diese ist heute noch nach ihm benannt. Aber was auch immer er in der Höhle über sich gelernt hat. Eines Nachts hat er es nicht mehr ausgehalten. Er versuchte mit einer kleinen Crew die Unsatisfied aus dem Archipäe zu sehen. Die Unsatisfied? Aber die Waldgewellen schlugen sein Schiff gegen die Felsen. Einer dieser Felsen war der sagenumwobene Penisfelsen, der heute noch als Fruchtbarkeitssymbol verehrt wird. Also ist sein Teil des Schlüsselsteins vermutlich dort mit ihm... Der sagenumwobene Penisfelsen. Was weißt du über Cockburn? Regible Cockburn hat mit Lady Gobbledick eine Familie gegründet. Oh, das ist interessant. Seine Tochter hat später den Namen Marley angenommen. Moment. So heißt doch Bobby. Ich sollte sie danach fragen. Cockburn hat also glücklich bis ans Ende seiner Tage gelebt? Er ist durch Sexsucht an einer gebrochenen Hüfte gestorben. Oh ja, kenne ich. Ach, was für ein Leben. Hast du mir zugehört? Du stellst Sexsucht gerade irgendwie negativ dar. Finde ich auch echt mies. Wirklich mies. Wahrscheinlich mit seinem Schlüsselstein. Was ist mit Lady Gobbledick passiert? Sie ist auf mysteriöse Weise erstickt. Über sie sind kaum Informationen erhalten. Außer, dass sie mit Cockburn gelebt hat. Hier ist noch ein Tagebucheintrag von ihm. Das Grab meiner verehrten Lady Gobbledick darf von niemandem gefunden werden. Die dunkle Wahrheit darf niemals ans Licht kommen. Nur ich kenne den Weg zu ihrem Grab. Er beginnt auf... Da endet der Eintrag. Es fehlt offenbar die zweite Seite. Ich muss diese zweite Seite finden, um zu Lady Gobbledick's Grab zu gelangen und mehr über ihren Schlüsselstein herauszufinden. Okay, DK, dankeschön für die zwei Euro. Vielen Dank für die Unterstützung. Oh, Ronny ist ja auch da. Hallo, Ronny. Habt ihr gar nicht gesehen? Schifft er heimlich in den Chat irgendwie rein? Was wurde aus dem Marquis? Der Marquis hat nicht verkraftet, was er in der Höhle über sich gelernt hat. Er hat sich in den Vulkan von Kalawa gestürzt. Ups. Hm, das heißt, es gibt keine Spur von seinem Schlüsselstein. Vielleicht ist er zusammen mit dem Typen geschmolzen. Aber du könntest beim Vulkan nach Spuren suchen. Okay, ich habe also vier Schlüsselsteine zu suchen. Und natürlich die Höhle des kosmischen Wissens selbst zu lokalisieren. Hab ich nicht gelesen, Ronny. War hier auf Dildos fixiert. Es deutet einiges auf Gofuku Island hin. Swingle hat sogar ein paar Koordinaten eingetragen, wo er die Höhle vermutet. Aber selbst wenn du die Höhle und alle vier Teile des Schlüsselsteins gefunden hast, gibt es immer noch ein Problem. Kami ist auch da. Hallo. Es gibt immer noch ein Problem. Ich bin zu sexy für mein Hemd. Oh ja. Du musst Faith dazu bringen, mit dir in diese Höhle zu gehen. Du meinst, ich muss die gefährlichen, bewaffneten Kannibalespen austricksen, um eine Audienz bei ihrer Königin zu bekommen, die Gedächtnisverlust hat, ob mich beraten will? Ich bin für endlose Genüsse. Wir haben keine Wahl, Pi. Faith ist sowieso verwirrt und hat Gedächtnisverlust. Vielleicht verpasst die Höhle ihrem Verstand einen Schubs in die richtige Richtung. Und wenn gleichzeitig ich zu einem sechssüchtigen Perversen werde, dann würde sich ja nichts ändern. Hey, ich wollte sagen, dann werde ich damit leben müssen. Ja, diese Böhre werde ich wohl... ...bist du an einer gebrochenen Hüfte stirbst oder dich in einen Vulkan wirfst. Mir brummt der Schädel, Pi. Keine Sorge, habe ich alles in deine App eingetragen. Ich nehme die mal alle wieder mit. So. Ist da noch was drin? Ein Aufblas-Typ. Was für ein aufgeblasener Typ. Also jetzt gerade nicht. Eher generell. Mach's gut. Blue Mermaid. Auf Wiedersehen. Schönen Abend dir noch. Danke fürs Zusehen. Ich sollte Swingles Spielzeug lieber hier lassen. Was? Nein! Nein, nimm es... Ach, wieso denn? Mano. Hä? Okay, fahren wir erstmal wieder in Bobbys Büro. Weil sie die Tochter von Captain Schwanzbart ist hier. Außerdem vielleicht... Ihr wisst schon. Vielleicht hat sie wieder Bock. Außerdem sehe ich mir diese Blume sehr gern an. Was ist das denn für eine Pflanze? Die ist sex-sensitive. Wenn man vor ihr Sex hat, öffnet sie sich. Hätte ich die im Zimmer, würde sie sich gar nicht mehr schließen. Haha! Yeah. Larry ist so cool. Du siehst so aus, als wolltest du wieder meine Liebesgrotte erkunden. Wobei, eigentlich siehst du immer so aus. Das heißt also, ja? Das heißt also... Dumm, 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 dumm. Für den Moment bin ich zufrieden. Danke für die vielen Jahren und tollen Videos. Gute Besserung. Mach! Ich... Alter, mach. Dankeschön. Vielen Dank für 25 Euro im Super-Chat-O-Rino. Vielen, vielen Dank. Ich weiß halt nicht, ob ich euch jetzt einen sexy Kreis gönnen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das aushaltet und ob ihr das verkraften könnt. Und ob ich dann wieder Vaterschafts- und Klagen kriege, dass es hinterher heißt. Ne? Sonst werden alle wieder so... Ne? Und hier ist Geilverbot im Larry-Steam... Äh, Stream. Ah. Das war's. So, jetzt wieder zurück zu was ungeilem, Larry. Regibald Cockburn ist dein Vorfahren? Stimmt? Wie hast du das denn rausgefunden? Er trägt sein Gehirn in der Tasche mit sich rum, Schwester. Ja, war er. Nicht unbedingt ein Hildpunkt meines Stammbaums. Der Stein unten im Foyer stammt von ihm? Ja. Larry, das muss einer der Schlüsselsteine sein. Kann ich den Stein aus dem Foyer haben? Der ist echt hübsch. Ich würde ihn nur aus der Hand geben, wenn ich im Gegenzug ein anderes Andenken an Regibald Cockburn erhalte. Vielleicht seinen legendären Siegelring. Der hat angeblich ganz außergewöhnliche Kräfte. Kannst du mir noch irgendwas über Regibald Cockburn sagen? Wegen Sexy Kreis hat mich in die Sexsucht getrieben. Hey, das klingt viel zu negativ. Ich habe mal versucht, sein angebliches Motto als Slogan für Kalawa zu promoten. Aber das hat keine Resonanz ausgelöst. Da habe ich es sein lassen. Wie lautete es denn? Was sich bewegt, kann man auch vögeln. Nettes Motto, aber ein schlechter Slogan. Eben. Nettes Motto, aber ein schlechter Slogan. Wo finde ich die Höhle des kosmischen Wissens? So genau weiß das niemand. Der Legende zufolge irgendwo auf Gofuku Island. Ich habe die Touristen dann immer dort auf die Insel geschleppt, um ihnen die Überreste der Hochkultur zu zeigen. Die paar Steinköpfe. Das hat sie ziemlich wenig beeindruckt. Jara schon wieder schwanger. Oh Mann. Das tut mir leid. Kann man denn mehrmals auf einmal schwanger sein? Weil wir hier sonst nichts haben. Es sieht für mich eher so aus, als wäre vor langer Zeit irgendein Völkchen hier angeschwemmt worden, das die einheimischen Pilze nicht vertragen und komisches Zeug gebaut hat. Und die Gründungsväter waren wohl auch nicht freiwillig hier, sondern sind hier schifftbrüchig geworden. Irgendwie sind ziemlich viele Leute so auf diesem Archipel gelandet. Bei der Höhle auf Gofuku sind jetzt noch ein paar von den Typen, die wegen des Festivals hergekommen sind. Sexy Kreis, bis auf die erste Szene ist Sexy Kreis rein KI generiert. Dennis Stryker. Dennis, Alter, haut 5 Euro raus. Geil. Dennis, vielen, vielen Dank für deinen ersten Superchat in einem Kreis-Livestream. Dankeschön. Vielen Dank für die Unterstützung. Aber sind Geizkragen nicht besonders zäh? Ich esse sie ja nicht selbst. Mich hast du aber vernascht. Natürlich achte ich darauf, dass nicht so viele Leute verschwinden. Niemand hier möchte, dass das auffällt. Niemand. Ich habe schon verstanden. Weißt du eigentlich, dass es hier Kannibalinnen gibt? Natürlich. Und das macht dir keine Angst? Ich achte natürlich darauf, dass sie keine Gäste entführen, die besonders zahlungsfähig sind. Aber ich sage mal, wenn jemand deutlich im Rückstand ist. Oh. Rein kaufmännisch ergibt das Sinn. Sag ich doch. Natürlich achte ich darauf, dass nicht so viele Leute verschwinden. Niemand hier möchte, dass das auffällt. Niemand. Ich habe schon verstanden. Ist der Vulkan eigentlich noch aktiv? Der ist sogar ziemlich aktiv. Deswegen geht dort niemand hin. Natürlich sehen einige durchgeknallte Abenteurer das als besonders große Herausforderung. Aber das ist dann das Problem der Lava. Nicht meins. Wo ist denn hier eine Insel mit einem besonders gefährlichen Reff? Wenn ich dir das sage, fühlst du dich herausgefordert, dort hinzufahren? Vielleicht... Mit deinem sogenannten Floß? Dann sage ich, ist dir besser nicht. Sonst habe ich dich auf dem Gewissen... Mein Floß ist cool. Ich gehe jetzt. Aber vielleicht will dann eine andere Frau mit mir Sex haben. Wenn sie sonst nichts griffbereit hat? Mann. Man kann es ja versuchen, ne? Das ist ja so Teil meiner Strategie. Hat hier irgendwas Neues im Büro liegen, was ich mitnehmen kann? Ne. Nur den kaputten Nemo hier. So, schau doch mal. Die Höhle. Audienz mit Fade. Irgendwie muss ich Fade... Okay. Schlüsselstein von Cockburn ist nicht in seinem Grab, sondern im Hotel-Foyer. Ich muss ihm meinen Besitz bringen. Boah, die würde ein anderes Andenken an Regible Cockburn gegen den Schlüsselstein tauschen. Gobbledick Schlüsselstein. Niemand weiß, wo Lady Gobbledick Grab befindet. Der einzige Inwild ist... Okay. Muffington Schlüsselstein. Hm. Okay. Oh, der Klavierspieler ist weg. Okay, dann will ich mal sehen, was ich noch hinbekomme. Lady Gobbledick ist ja auch erstickt. Kiara. Nur man weiß nicht genau, woran. Oh. Oh. Oh, Rosalie. Wow. Wow. Ich bin total... Na ja, wisst schon. Ich wollte schon immer ein Aufblaskrokodil in der Hose haben. Kann ich die Luft aus dem Aufblaskrokodil benutzen, um das Mannequin... Das würde zum Druckausgleich führen und beide wären halb platt, was mir nicht helfen würde. Gute Idee. Wie ist das Wasser? Bist du blöd oder was? Halt deine Hand rein, wenn du mehr wissen willst. Ich wollte nicht... Ins Wasser? Mir egal, was du wolltest. Sind sie schon lange hier im Hotel? Willst du damit andeuten, dass ich seit den 80ern hier bin? Nein, natürlich nicht. Bin ich aber. Mein zweiter Mann hat damals diesen doofen Investor übers Ohr gehauen und ne billige Suite abgegriffen. Und ich dann ihn. Jetzt gehört die Suite mir. Hm. Er hat es sicher verdient. Das kannst du aber glauben. Schlimmer war nur Nummer 5. Und jetzt genießen sie hier das Leben? Nee, ich suche den nächsten Mann. Hoffentlich hat Nummer 8 mehr auf dem Kasten als Nummer 7. Und mehr in der Hose als Nummer 6. Was ist mit dir, Jungchen? Bist du in festen Händen? Nö. Nö. Nee, lass mal. Du siehst aus, als hättest du in den Klamotten geschlafen. Und wer mir schon in einem Hochzeitsanzug unter die Augen tritt, kann nicht vertrauenswürdig sein. Hey, hallo? Ich weiß nicht, ob ich mich durchschaut oder beleidigt fühlen soll. Hübscher Drink. Purer Alkohol. Ich will ihre Brille. Anders kann ich diese sinnentleerte Existenz nicht überstehen. Sie meinen das gemütliche Schaukeln in einem Pool unter der tropischen Sonne? Prost, Jungchen. Was macht die Suche nach einem Mann? Und sie ist trabend, ich hatte da einen Kandidaten im Bezier. Dann wollte er nachts schwimmen gehen und ist verschwunden. Also, ein Fuß von ihm ist angetrieben worden. Ein Fuß will ich nicht haben. Ja, ein Fuß reicht auch nicht. André B. Hat großer C. Dankeschön. Vielen Dank, Alter, für den Wiedereintritt in die Kreiselbande. Ist das das gefärbte Ölwasser? Ja, wenn es Öl gewesen sein sollte, ja. Aber wir haben es ja nicht nur gefärbt, wir haben es ja auch schön duftend gemacht. Ein Energy Drink. Dann stecke ich den Energy Drink mal ein. Ja, rein damit. Zack. Kann ich mehr mitnehmen? Ne. Da ist nichts mehr drin. Ne, nimm das Glas doch mit. Was ist denn... Oh, guck mal, aber die ist auch immer noch hier. Vielleicht ist sie immer noch scharf. Frech. Es sollte daran liegen, dass er dafür arbeitet. Der steht doch die ganze Zeit nur rum und arbeitet nicht. Außerdem kauft er doch sicher damit nur Drogen. Auch wieder wahr. Hi lot, sex! Sex, nicht Sex. Oder doch? Hast du ein paar Tipps, wie ich auch backpacken kann? Och, du machst das mit deinem abgerissenen Outfit schon ganz richtig. Was? Das ist ein Hochzeitsanzug. Dein Blick ist auch gut. So ein wenig verwirrt. Hungrig und flehend. Hey, so guck ich immer. Dann sollte sogar eine Weltreise drin sein. Hey, Julian K. ist auch da. Hallo. Was sind das eigentlich für Leute, die dir Geld geben? Was sind das für Leute, die dir Geld geben? Das sind die unterschiedlichsten Leute. Ich muss halt eine emotionale Verbindung zu ihnen aufbauen, damit sie meine spirituelle Reise verstehen. Damit haben manche Leute echt Probleme. Die ruhen einfach nicht in sich selbst. Oder sie sind geistig. Oder das. Oder das. Ich bin ja auch hier in diesen Archipel gekommen, um mich bei einem meiner Gönner persönlich zu bedanken. Oh, ich bin der Gönner. Ich hab... Ich war's. Ich war's. Schmeckel heißen die. Schmeckel. Und seine Angestellten eröffnet. Heiß Industries. Hi, Clara-Sophie. Oh, Ice-Tee ist auch da. Hi. Wallet? Jedenfalls haben die ihr Hauptquartier auf einer Insel, die total unzugänglich ist. Eine Insel, die komplett mit Riffs umschlossen ist. Da sind total viele Schiffe untergegangen. Einige von denen sind richtig alt. Die müssen schon vor Jahrhunderten dort zerschellt sein. Larry. Laut den Aufzeichnungen von Sir Muffington ist sein Schiff, die Unsatisfied, an einer sturmumtosten Insel hier gesunken. Wir sollten uns diese Insel genauer ansehen. Da hast du recht. Aber, Shawnee, warum eröffnen diese Leute gerade an so einem Ort ihr Hauptquartier? Aus Sicherheitsgründen, sagen sie. Dort sind sie ungestört. Es sind rechtsfreie Hochseegewässer und so. Worum geht es in dem Spiel? Naja, Larry eigentlich versucht bei jeder Frau zu einem zu versenken. Aber, also wir sollen eigentlich von Captain Cockburn und Lady Gobbledick die Ringe irgendwie oder irgendwelche Relikte finden, damit wir die Höhle des kosmischen Wissens betreten können. Was kannst du mir sagen über die Insel mit den gefährlichen Riffen und den Wellen? Also zum Beispiel, wie sie heißt? Keine Ahnung, aber die Koordinaten der Insel sind etwa bei minus 20 und 3. Und dein Schiff wird besonders gut abgesichert sein müssen, um nicht auch zu zerschellen. Ich habe nur ein Floß. Dann erst recht. Du solltest an deinem Floß vorne und hinten eine Stoßsicherung anbringen, sonst wirbeln die Wellen dich durcheinander und hauen dich an die Felsen. Das wäre nicht gut. Ich habe zwei aufblasbare Puppen. Ich lasse das Schicksal entscheiden. Wenn die Sterne günstig stehen, wird die perfekte Welle mich dorthin tragen. Wenn das funktioniert? Ich gleite durchs Leben wie eine Feder im Wind. Die versucht uns irgendwie scharf zu machen, glaube ich. Dann bis später. Juhu! Oh! Naja, Dildo-Stoßdämpfer oder halt hier Aufblas-Figuren. Juhu! Gesundheit! Danke, danke. You're welcome, Kay. Dankeschön. Ah. Ich dachte, ich habe zwei aufblasbare Puppen, dass du in echt welche hast und jetzt damit angeben wolltest. Wer weiß. Was kannst du mir über die anderen Inseln des Archipels erzählen? Da wäre Muffington Island, aber von dort würde ich mich fernhalten. Warum? Von dort ist noch nie jemand zurückgekehrt. Guter Grund. Dann gibt es Gofuku Island. Die ist total langweilig. Das sind nur so alte Statuen, komische Zeichen, viel Nebel und Geheimnisse und so. Wer will denn sowas? Eben, Alter. Und fahr am besten auch nicht nach Phallus Rock. Da sinken Schiffe andauernd. Warum heißt die Insel so? Da ist so ein Fels. Und ich sag mal, der sieht nicht wie ein Unterarm aus. Bleib locker. Okay. Mir reicht's. Ich höre jetzt nicht mehr hin. Oh, Mann. Mir reicht's. Ich höre jetzt nicht mehr hin. Mann. Da kann ich nichts rausholen. Sag mal, was hat es denn mit dem Kasten da auf sich? Das ist der Schlüssel für die Toilette im Dschungel. Und wo ist der Schlüssel jetzt? Habe ich irgendwo am Strand verloren. Wo genau? Es gibt dann weiß ich es. Eie, Helene Fister. Okay, Leute. Jetzt wird gelacht. Danke. Ihr seid ein wunderbares Publikum. Schade, dass ihr nicht hier seid. Von dir da hinten abgesehen. Wie heißt du denn? Larry. Larry Leffer. So siehst du auch aus. Heute gibt's einen Knaller nach dem anderen. Die Premiere meiner neuen Bühnenshow mit exklusivem neuen Material, das auf keiner Bühne der Welt bisher zu hören war. Ui. Ein Ork, ein Troll und ein Mandalorianer kommen in eine Bar. Sagt der Mandalorianer, ich würfel eine Sieben. Fällt der Ork tot um. Sagt der Mandalorianer, hey, ich hab doch gar nicht zuerst geschossen. Okay. Funktioniert eher so mittel. Also da musst du schon sehr nerdig für sein, glaube ich. Können wir wieder Becher mitnehmen? Ich nehme einen mit. Yeah, wir können wieder Becher mitnehmen. Und der Entsafter ist... Können wir irgendwas entsaften noch? Ein Necromant taucht vor einer vollbusigen Blondine auf. Sagt sie? Hast du einen hohen Charakterwert in der Hose? Oder freust du dich, mich zu sehen? Hast du einen hohen Charakterwert in der Hose? Ah, dieses Brötchen, ich weiß nicht, aber... Irgendwas erinnert mich, dass... Kann ich jetzt vielleicht Kaffee mitnehmen? Nein, mir ist gerade nicht nach einem Becher Kaffee. Ich hab hier einen geilen Spruch gefunden, der sogar einen Ausdrahen besiegt. Beflucht, das andere Witzebuch hat besser funktioniert. Willst du vielleicht das Buch hier mal ausprobieren? Das würde ihm nicht gefallen. Hey, ich bin hier an der Arbeit. Was willst du? Ist man irgendwann eigentlich zu alt, um Comedian zu sein? Ehrlich gesagt frag ich mich das schon länger. Dieses Leben als Rockstar im Scheinwerferlicht. Das ist schon ziemlich zählend. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich kann das nachvollziehen. Das kann ich mir vorstellen. Es ist ein hartes Los. Aber einer muss ja ein wenig Freude in den trostlosen Alltag bringen. Selbst wenn der trostlose Alltag auf einer sonnendurchfluteten tropischen Insel stattfindet. Deine Witze sind irgendwie... ...machwürdig. Die hab ich mir alle selbst ausgedacht. Echt? Na ja. Ich meine, manchmal lasse ich mich von meinem Team beraten. Du hast ein Team? Jetzt hör auf mit diesem Verhör. Ja. Ich nehme, was ich kriegen kann. Eigentlich schreibe ich das alles aus einem Witzebuch ab. Und nicht mal das hab ich mehr. Das hab ich verloren. Ich hatte es bei diesem komischen Festival dabei. Vielleicht hat es dort irgendwer vertauscht. Stattdessen hab ich jetzt so ein Buch über Rollenspiele. Aber die sind irgendwie seltsam. Ich meine, wer will sich denn bei Rollenspielen nicht als sexy Krankenschwester oder so verkleiden? Sondern als Magier, Heiler oder Zwerg? Naja, ich muss halt das Beste draus machen. Ich finde dann... Dumm, 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 dumm. Ja? Danke, Kreis, für deinen geilen Content. Total unverständlich. Eistee! Dankeschön, es ist 2,49. Und deine erste sexy Donation im Superchat. Vielen, vielen Dank. Für die Ent-Donation. Donation. Kann ich dieses Rollenspielbuch haben? Ich würde es höchstens tauschen gegen ein ordentliches Witzebuch. Am besten das, was ich bisher benutzt hab. Mal Eistee sendet sogar noch zusätzlich Liebe in den Chat. Ja, gut. Im Endeffekt stimmt das. Am Ende des Tages ist es ein hartes Business. Dann schauen wir mal. So, guck mal. Hier könnte ich jetzt immer noch... Wenn ich irgendwas grillen wollen würde oder so. Der Hebel lässt sich auf Plus. Ja, ja. Will ich irgendwas gegrillt oder so? Noch nicht, ne? Hm. Ja, Baby. Supercooler Typ mit drei Brüchen im Bein macht mir den Februar schön. Geil, oder? Schrotzopf. Danke, Schrotzopf. Erstmal. Vielen Dank für 5 Euro. Sehr nice. So, wir waren jetzt schon lange generell auf der Insel nicht mehr unterwegs. Hier ist der Brunnen. Können wir mal hier rüber gehen. Den hab ich recycelt. Na, bist doch irgendwo. Der in Form eines Floßes? Der Schrott in der Form von Schrott. Den hab ich für dich, äh, recycelt. Ist doch super, oder? Alles für den Planeten. Na, wie geht's dem Vogel jetzt? Ich musste stundenlang schrubben, um das Öl aus seinen Federn zu bekommen. Aber ich habe es geschafft. Das freut mich. Ich habe ihn dann im Dschungel in die Freiheit entlassen. Sogar an einer Stelle, wo ein Weibchen in der Nähe war. Aber als er es gesehen hat, ist der Panisch in eine andere Richtung gerannt. Sowas aber auch. Was für ein seltsamer Vogel. Dann ist das Entspannung, sagst du, Eistee. Meinst du, dieses Gefühl von immer weiter ansteigender, anschwellender, heißer Erotik? Dann ja. Dann nenne es von mir aus Entspannung. Aber wir wissen beide. Gute Nacht, Coco. Mach es gut. Dankeschön. Und sei nicht zu schwanger von Kreis, äh, sexy Kreis. Irgendwo wieder ein Tier in Not. Im Moment nicht. Würdest du mir vielleicht helfen, wenn irgendwo Alarm geschlagen wird? Äh, sorry. Ich habe selbst ganz viele Tiere, um die ich mich kümmern muss. Das ist natürlich ein guter Grund. Das ist natürlich ein guter Grund. Filzläuse. Wenn du auf Kalaua fertig bist, wo machst du dann weiter? Das weiß ich noch nicht. Ich gehe dorthin, wo ich gebraucht werde. Es gibt schließlich auf dieser Welt immer noch genug Leute, die rücksichtslos durchs Leben gehen. Die immer irgendwo was hinwerfen, umkippen, kaputt machen, mitgehen lassen. Manche Sachen lassen sich halt nicht anders lösen. Was? Nichts. Was? Was? Bis später. Kreis-Industrie-Pullover. Kannst du in meinem Merch-Shop... Kreis-Ice bin wieder zurück, gute Besserungserung. Kannst du... Ich habe unter allen Videos wird ein Merchandise angezeigt. Einfach auf irgendwas draufklicken, dann landest du im Merch-Shop generell. Dann kannst du dir auch einzeln ein Logo aussuchen und dazu das Teil, wo du es draufhaben willst oder so. Äh, André P., Dankeschön für 5,99. Mal ein bisschen Werbung an der Stelle, ne? Ich markiere das natürlich. Es ist Werbung. Wenn ich Dinge bewerbe, bewerbe ich sie. Nicht, dass da hinterher wieder einer sagt, oh, oh, das dürfte ich... Ich habe es jetzt damit eindeutig markiert. Ist er immer noch hier? Nee, ist frei. Ja, lol. Einfach mal gespült. Ich dachte, ich kann irgendwie einen Klopfenball oder so, aber... Eine Orchidee! Oh, was? Dumm, 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 dumm. In dem Moment... Dumm, 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 dumm. Oder auch einen Schwanz, Schwanz. Warte, ich komme gleich drauf zurück. Manchmal kann es eine tolle Idee sein, sich als Fachmann für etwas auszugeben, wenn es gar nicht stimmt. Du beispielsweise hast keine Ahnung, ob man euch Ideen essen kann oder nicht oder welche was. Ich habe es angefasst, ich bin gestorben. B-H-B-H-B-H-B-H-B-H-B-H-B-H-B-H-B-H-B-H. Dankeschön für 20 Euro im Superchat. Mega nice. Vielen Dank. Richtig geil. Da fällt mir dieser doofe Witz ein mit. Von wegen, was macht Michael Jackson gerne in den Winterferien? Er fährt Schi-Hi-Hi. Dankeschön für Schwanz-Cocktails. Dankeschön für 20 Euro. Mega nice. Vielen, vielen Dank. Larry, ich habe noch etwas aus Wingles' Dosier für dich. Na? Der Marquis de Conard, der versucht hat, die anderen von der Unsatisfied zu töten, da gibt es widersprüchliche Informationen. Entweder ist er durchgedreht und hat versucht, sich mit dem Schlüsselstein in den Vulkan zu stürzen. Für Steam Links bekommt man kein Geld, Burning Tea. Jedenfalls ist der Marquis mit seinem Stein irgendwo am oder im Vulkan verschwunden. Okay, vielleicht finden wir etwas. Steam hat ja keinen Share, leider. Boah, wenn Steam Share hätte, ne? Boah, Alter, hätte ich schon tausende Euros extra verdient. Ne, ich habe immer alles, was wirklich Werbung war. Ich hatte ja ein Jahr, wo ich so ein paar kleinere Produktplatzierungen gemacht hatte. Die habe ich auch ordentlich markiert. Ich nehme Beeren mit. Was soll schon Schlimmes passieren? Ob die giftig sind? Ob ich es wirklich rausfinden will? Dum, 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 dum. Da ist doch schon mal ne Zange. Die nehmen wir aber mit. Da muss ich etwas anschließen, was mit Strom versorgt werden soll. Hm. Ein Brötchen? Das ist gut, so wie es ist. Nora! Ist das Nora, der Explorer? Hauptsache, es hängt nichts im Weg rum. Versuch mal zu klettern, wenn alles an dir rumschlabbert. Endlich mal ein guter Grund für knappe Bekleidung. Ich bin Larry. Larry Leffer. Und ich bin Nora. Kletterst du beruflich? So kann man das nennen. Ich habe halt mein Hobby zum Beruf gemacht. Bergsteigerin? Biologin? Was hat das denn mit Klettert zu tun? Eistee, danke nochmal für 99 Cent im Superchat. Einige von denen sind echt schnell und flink. Außerdem mag ich die sportliche Herausforderung. Gut für die Bauchmuskeln. Leider greife ich oft daneben und knalle dann runter. Oh. Oh. Was ist dein Lieblingstier? Katze. Was? Einfach nur Katze? Da hätte ich jetzt ein total exotisches Tier erwartet. Ich nehme die Arbeit nicht zu tun. So gerne mit nach Hause. Gut auf uns. Moin Enrico erstmal im Chat. Und dann die Taube. Dankeschön für fünf Monate. Vielen Dank für die traumhafte Unterhaltung und das Durcheinanderbringen meines Hormonhaushaltes mit den ganzen sexy Kreisen. Ja, manchmal habt ihr euch halt einfach verdient. Ich habe das früher, ich habe das eigentlich, wurde das entwickelt, damit Menschen verstört gehen. Aber ihr feiert das und das ist merkwürdig genug. Ach, Leute. Ich will gern da hoch auf den Vulkan kommen. Was willst du denn da oben? Ich bin Hobby-Vulkanologe. Finde ich heiß. Ich würde dir ja gern helfen, da hochzukommen. Aber in meine Kletterausrüstung geht das nicht. Ich glaube, Nora steht mit auf der Liste. Hier muss irgendwo ein toter Marquis sein. Hast du den vielleicht gesehen? Eigentlich ursprünglich kam der sexy Kreis immer nur bei 500-Euro-Donations. Da kommt er auch immer noch. Aber manchmal, wenn genug an kleinen Vieh zusammenkommt, dann lasse ich ihn auch mal so, hole ich ihn auch mal so raus. Oh, jetzt hat er auch noch eine 100 gewürfelt, glaube ich ja nicht. Oh. Hey, RizCope, hallo? RizCope, einen schönen guten Abend und Mr. Unfug. Dankeschön. Für 10 Euro. Im Super-Chetorino. Vielen, vielen Dank. Mega nice. Da freut sich auch der Algorithmus ein bisschen wieder und die Kurve von Krankenhausaufenthalt so. Und dann Operation, blablabla, nochmal Krankenhaus. und dann weniger Videos. Wo finde ich denn deine Schwester? Ach, keine Ahnung, wo genau die sich nun wieder rumtreibt. Das weiß sie meistens auch selbst nicht. Immer total verplant. Sie hat irgendwas gesagt, dass sie eine bestimmte Pflanze suchen will. Wie hieß die nochmal? Irgendwas mit V. Wufusela? Vagina? Vagina? Stimmt. Was? Echt? Vagina Dentata. Hübscher Name für eine Pflanze. Was? Dentata? Das ist eine Riesenorchidee, die nur an einer Stelle im Archipel fest ist. Und die hat Zähne? Ist wohl sehr selten und hier schon seit Jahrhunderten heimisch. Aber wie gesagt, davon verstehe ich nichts. Larry, ich habe hier eine Stelle aus Swingles Dossier, wo diese Pflanze erwähnt wird. Offenbar hat der Marquis auch diese Pflanze gesucht, weil ihr sexuell magische Kräfte zugeschrieben werden. Wenn der Marquis dort war, gibt es dort vielleicht doch eine Spur von dem Schlüsselstein. Weißt du genauer, wo das ist? Der Ort liegt im Dschungel auf Gufuku Island und ich habe hier eine genaue Wegbeschreibung. Wir müssen zu einer ganz bestimmten Lichtung. Dann nichts wie hin. Und wenn ihr dort seid, bringt ihr mal eine Kletterausrüstung mit, ja? Und sagt Dora liebe Grüße. Grüezi, Blubberbernd. Oh, guck mal, da steht ein kleiner Junge und was sagt der? Exilion liebt Käse über alles. Was? Wirklich? Ja, er liebt Käse total gern. Manchmal nimmt er ihn sogar mit ins Bett. Wow, hätte ich echt nicht gedacht. Ich bewege meinen Mund nicht mal. Aber warte, so kommt es besser. Wir machen noch ein bisschen Echo rein. In so ein bisschen so. Exilion käse. Käse, 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 Käse. Käse, Käse, Käse. Käse, 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 Käse. So, ich muss jetzt erstmal los. Ich muss los. schaufel praktisch nicht mit der vulkan schlund scheint nicht weit weg zu sein das brötchen in der laba tosten oder so ne das hilft mir nicht der vulkan schlund scheint nicht weit weg zu sein nein meine mama hat mir verboten in lava zu fassen na toll ich muss los also kann ich hier nicht hochklettern oder so dumm 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 haut auch noch mal zehn schwitzer frankis dankeschön nimm mal den becher mit ahja können wir lava becher ja ich versuch's mal da ist doch noch eine orchidee äh lava becher besser nicht okay fassen wir die auch mal an oder immerhin eine giftige art kennenzulernen allerdings wirst du keine chance anzeigen wirst du wirst eins gesetzt sein du kehrst auf magische weise ins leben zurück was war das so schauen wir mal das lamm der wolf der habicht sieht die gegenwart also diese orchideen anzufassen ist immer schlechte idee auf der grünen wiese nun die verbundenheit mit der natur und dem künstler war nicht zu überhören fahr mal auf die aussichtsplattform nochmal hi florian einen wunderschönen guten abend hallo korbal so kleine dschungel da sind auch so orchideen drin kann ich zum festival runter gehen das ist ziemlich weit weg ich wollte schon sagen liebe grüße aus wien ja grüß dich aber ich küsse die hand ihr könnt sich gleich erstmal einen leckeren breselteppich zwei eitrige in einer semmel und sind ein wölfchen wölfchen hast du eigentlich dem dalukat auf twitter geschrieben dass er mir noch einen mülleimer schuldet oder auf x hab ich ja hat mir nämlich ein screenshot geschickt ja ich hab ihm gesagt vorsicht obacht die leute die wissen das sagt meine community das ist schon perfekt wird diesen mülleimer nie vergessen das ist schon perfekt ich bin wie kann ich denn auf die nächste insel fahren jetzt muss ich dafür irgendwie eine map aufrufen oder so das ist schon das ist schon ja ich will damit fahren das ist schon das 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 briselfetzen ja oder briselt teppich das ist schnitzel ein bröselteppich eitrige eitrige sind voll geil das sind ja so ähm ja so Würstchen mit Käse halt drin Käsekreiner genau hier in Bayern sind's Kreiner Käsekreiner sind's da auch aber das ist halt so ein bisschen slangy hi wer wird neid hi wunderschön oh Käsekreiner sind so geil alter ne ich hab auch das Gefühl dass ich mein ich wohne so eine Stunde gut eine Stunde von der österreichischen Grenze weg aber ich glaub desto näher man und über die Grenze hinweg geht werden die Kreiner auch irgendwie geiler und Akschisna ja Akschisna schön Azias und Senf oh geil bist du weißt wo ist mit oder ohne Pelle dunkles Stahlherz ich werde jetzt etwas sagen das wird viele Bayern schockieren gerade viele Bayern wird das schockieren und wahrscheinlich auch über deutsche Grenzen hinaus wird es sehr sehr viele Menschen schockieren aber ich hab noch nie Weißwurst gegessen ich wohne jetzt 10 Jahre in Bayern ich bin so der Leberkästyp und irgendwie sieht die mir suspekt aus deswegen hab ich noch nie Weißwurst gegessen ah die Karten App auf dem Handy ich verstehe gehen wir hier auf die Wagaga Insel was für Koordinaten hat die Pee warum ist diese Insel eigentlich nach Muffington benannt das ist doch einer der Gründerväter ich glaube das war die einzige Insel die noch keinen Namen hatte na immerhin was gibt es hier sonst noch die Gründerväter haben hier viel Zeit verbracht macht Ronny vielleicht findest du eine Spur von ihm und ich muss irgendwie mit Faith reden sie und die anderen Kannibalinnen müssen mir vertrauen klar Wölfchen hast du die Erlaubnis klar die Insel gilt auch als Geisterinsel eine gruselige Schwester Oberin soll hier rumspuken oh spannend vielleicht finde ich sie ja apropos gruselig hast du das jetzt echt gesagt die Leute sind voll schockiert ja weißt du ich brauche nicht noch eine zusätzliche weiße Wurst im Mund wenn ich sowieso den ganzen Tag schon eine mit mir rumschleppe so äh Handspiegel nehm ich doch mit Moment mal es ist doch ein Mann auf der Insel hier oder? männliches Skelett das ist zu weit weg oh ein Männerskelett ordentliche Mettwurst oder Krakauer ja hier in Bayern sind es dann Brü-Polnische die waren total verwirrt als meine Mutter Mettwurst kaufen wollte und so oder ne halt diese Mettenden nennt man die dann auch im Ruhrpott ne und da waren die total verwirrt und wussten nicht was sie will hier sind das so Brü-Polnische die sind aber geil wenn die die ne wenn man die dann so im ja oder Roh-Polnische kann man sagt man auch ne wenn man die dann so zubereitet hier so in in so Grünkohl macht man das manchmal oder in ähm Sauerkraut macht man das auch manchmal ne dass man die da so mit reintut dann und so und die da so boah das ist geil oder ich schneide die dann oft ich mach dann so ne Suppe und schneide die dann oft so in Scheiben ne und pack die dann so mit in die Suppe die geben voll viel Geschmack ab und so und schmecken dann auch mega nice aber vorher noch kurz anbraten für so leichte Röstaromen das ist schon mhm jetzt mal wurde aber ich lebe in meinem ganzen Leben lang in Bayern und hatte noch nie eine Grünkohl mit Pinkel ja nice jetzt hab ich Hunger gut das ist doch gut Hallo ich bin Larry Hunger haben heißt lebendig sein du scheinst ziemlich mutig zu sein warum ich meine du bist doch ein Mann oder und wie eigentlich müsste ich dich jetzt in unser Gefängnis werfen nicht nötig da war ich schon was äh nichts naja ich mache mal eine Ausnahme gefällt es dir in diesem Stamm der kleine Krainer sucht seinen Blutstuhl Krainer Winkler irgendwie habe ich manchmal das Gefühl dass ich Meddlewurst Leute dabei bin ich schon seit der Gründung des Stammes dabei und also mach's gut Danny ich glaube ja du bist wie formuliere ich das am einfühlsamsten du bist mindestens mal divers war das so richtig benutzt Pi bin ich sensibel genug total Larry du bist unglaublich sensibel oder oder Schniedel Pi bist du noch da nein ich habe mich bei deinem Gerede in den hintersten Winkeln meines Speichers ach Pi ich weiß jetzt nicht wovon du redest jedenfalls äh also ich bin ich bin so durcheinander ich weiß nicht so genau was ich eigentlich bin das ist alles so verwirrend und du musst lernen dich selbst zu akzeptieren wie du bist wie das denn ich erzähle dir meine besten Tricks wie man Frauen rumkriegt dann sag mal na das lässt sich jetzt nicht einfach so in einem Satz zusammenfassen ich hab Zeit also nun das ist eigentlich ein ganzes Seminar das ich abhalten müsste na dann verrate mir wenigstens deinen besten Trick wechseln wir lieber das Thema nein warum dass das doch nicht dein Fachgebiet ist Ruhe ich hab das ist mein Fachgebiet das weiß jeder was weiß du über den Kerl im Gefängnis oh den finde ich irgendwie gruselig der guckt immer so komisch und leckt sich dabei über die Lippen und wohin der sich überall greift an solche Körperstellen käme ich gar nicht ran der hat mich letztens so zur Weißglut getrieben dass ich ihn geschnappt und gewirkt habe aber das gefiel dem sogar ich hab sofort aufgehört und da war er richtig enttäuscht er meinte er hätte fast eine sexuelle außerkörperliche Erfahrung gehabt hoffentlich ist er bald dick genug damit wir ihn essen können und ich seine Stimme nicht mehr hören muss was kannst du mir über die Schwester Oberin erzählen die Schwester Oberin du solltest besser nicht über sie reden sie ist immer in der Nähe und beobachtet uns wenn wir irgendwas tun was ihr nicht genehm ist es passieren schlimme Dinge warum tut ihr nichts gegen sie wenn das so leicht wäre auf mich hat sie es besonders abgesehen ich bin ihr Neffe ach was sie nennt mich jedenfalls so und meint in ihrer Familie seien alle ordentlich also müsste ich das auch sein ich muss weg ist keine Gliedmaßen die du nicht kennst also wie hat der es geschafft sie identifizieren also die Person identifiziert sich ja offensichtlich als Frau einziehen will ich nicht direkt wollen wir zur Dorfmitte gehen dann nehmen die uns wieder gefangen oder aber ich hab ne Schaufel und nen Spiegel ich geh einfach mal mal gucken was passiert da fleddert das Buch das ist doch was wie bist du rausgekommen ich habe nur die Toilette gesucht zurück mit dir das dachte ich mir schon aber das Licht leuchtet wir können also immer wieder raus ich habe das Dossier gefunden ich hoffe es hilft ihnen bei der Suche und wir können dann beide die sicher brauchst du noch irgendwas ich langweile mich schon ein wenig aber ich vertreibe mir die Zeit mit meiner ausgeprägten Fantasie und mit der Planung welche Spielereien ich als nächstes ausprobiere wussten sie schon dass man ganz außergewöhnliche sexuelle Erfahrungen machen kann bei denen der Geist kurzzeitig den Körper verlässt ich würde generell mal eine sexuelle Erfahrung machen gern eine außerkörperliche Erfahrung Hi Laura Ich bekomme sexuelle Erfahrungen in meinem Körper Sie wissen ja nicht was Ihnen entgeht Ich muss dringend weg Ach wie schade Nein Daniel hat sich bisher nicht ergeben Schwinger Hier Ich dachte vielleicht kann ich ihm das irgendwie kann er die aufblasen Ist echt nicht sehr gut gesichert hier Wir müssen hier wahrscheinlich erstmal Platz schaffen oder uns zumindest frei bewegen können Sobald ich hier hingehe Latscht er da hoch Servus die Madeln und grüßt euch die Burmen Von Law ist zurück Larry Über diese Insel hat Swingle auch einige interessante Informationen gesammelt Ich bin gespannt Auf Gofuku Island gibt es Spuren einer untergegangenen Zivilisation Swingle hat vermutet dass sich diese Höhle des kosmischen Wissens hier irgendwo befindet Gut zu wissen Allerdings ist das wohl auch die Insel mit den Todesfallen die von einer alten Zivilisation stammen Oh Hm Ein Busch Ein normaler Busch Kein üppiger Busch Das ist nicht die Art Busch die ich mag Okay Sonnensymbol Okay Hier sind mehrere Symbole Ein Hebel Ein Loch Ich guck mal ins Loch Ich kann durch das Loch was erkennen Okay Ameisenantenne Alienkopf Und Brust anfassen Okay Das sind nicht unbedingt die Symbole Die hier Viele Symbole sind da drauf Alter Oh Eine Steinscheibe Schwupp Haben wir schon mal eine Schwupp Haben wir noch eine Leuchtpilz Leuchtpilz Okay Ich dachte wir sterben jetzt wieder Haha Vielleicht kann man den ja sogar essen Und vielleicht leuchtest du dann von innen Nichts dagegen Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander Hm Orchidee Ja Ja Meine Güte Okay Ich wollte es nur mal probieren Vielleicht ist ja eine Orchidee dabei Die man irgendwie benutzen kann Ach denn ist das alte Gichtbein Es ist gichtig Und ich muss es die ganze Zeit immer wieder ein bisschen abwechselnd hochlegen Und runter tun Und ich muss immer noch mit diesem Scheiß Gips durch die Gegend laufen Also mit diesem Das ist ja kein Das kann man ja abnehmen Ne Und ich nehme das auch zwischendurch mal ab Ein, zwei Stunden Und entspanne mein Bein einfach ein bisschen Und Versuche auch mal so ein, zwei Schritte aufzutreten Dann mit Krücken geht es auch Dann so ein bisschen Darf ich ja belasten Aber nicht doll Einfach Damit die Bewegung nicht ganz verloren geht irgendwie Und seitdem ist es auch mit den Krämpfen ein bisschen besser geworden Aber manchmal kriege ich nachts immer noch so übelst Ah Hier ist der Weg, den der Marquis beschrieben hat Oh Kletterausrüstung Ich soll Nora ihre Kletterausrüstung bringen Die bringe ich ihr wieder, wenn die Orchidee erblüht ist Ich Ist das Diese Blume auf dem Foto Die sich nur öffnet Wenn man es Die Vagina Dentata Wir haben sie gefunden Die Vagina Dentata Ich sollte besser nicht an den Wurzeln rumfummeln Aber hier Das ist der Quell der Vagina Dentata Hey Bist du vielleicht Dora? Wer will das wissen? Na ich Wir haben sie Ich meine, wer bist du? Dora 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 Is sie schon wieder irgendwo runtergeknallt? Nein Sie will aber gerade auf dem Wurzeln Backpack Dora Backpack Und in eine Grube gefallen Bin direkt auf so einer goldenen Statue gelandet Oh Hat das weh getan Da war ich dauernd im Fernsehen Und alle haben gemeint Ich wäre so eine Entdeckerin Die sich auf irgendwelche Gräber spezialisiert hat Und ich hatte gerade sonst nichts zu tun Na Dora halt Reise ich halt rum Und gucke, ob ich noch mehr finde Hat das geklappt? Bisher nicht Aber wegen der Statue bin ich reich Da macht das nichts Na, was für ein Glück Ich konzentriere mich jetzt aber auf Pflanzen Die tun nicht so weh, wenn man drauf fällt Ob ich selber Hilfe rufen konnte? Scheint bei euch in der Familie zu liegen Also ja Aber im ersten Moment nicht Im ersten Moment lag ich auf dieser riesigen Eisfläche Und bin dann auf meinen Ellenbogen so knapp 100 Meter Zurück zu meiner Haustür gekrochen Und da kam das Nachbarskind Und dann hat die ihre Mama geholt Und die hat dann ihren Mann geholt Und die haben mir dann hochgeholfen Und mich im Wohnzimmer hingesetzt Und dann Hab ich gesagt Ja, ich ruf Hilfe Und dann Ist mir aufgefallen Dass mein Handy aber noch oben am Computer liegt Und dann musste ich mit meinem Dreibruchbein Dreibruchbein Erstmal die Treppe hoch Und hab dabei schon geschrien Wie am Spieß Hab dann mein Handy geholt Musste dann die Treppe wieder runter Und dann kam der Notarzt Hat mir Ketamin und Morphium gespritzt Und Dann war ich im Krankenhaus Dann war ich erst eine Woche wieder zu Hause Und dann wurde es operiert Und dann Ja Jetzt bin ich hier Ich erzähle aber die genaue Geschichte In meinem Podcast Wer Bock hat bei Steady Leute Geht bei Steady mal rein Und dann könnt ihr euch den Podcast Ah ne Den Podcast könnt ihr sogar gratis hören Der ist sogar gratis auf Steady Die anderen Podcasts Müsst ihr dann Freikaufen Aber Alle in einem Paket Für 5 Euro im Monat Könnt ihr alle hören Und ab Dienstag Mittwoch ungefähr Geht's auch wieder los Mit Podcasts Dann wieder jede Woche Aber bis Jetzt hab ich Konnte ich mich dazu Nicht durchringen Hier so Ich wollte erstmal meine Arbeit wieder irgendwie Ins Laufen kriegen Das ist ganz stark Ja Der Notarzt hat mir eine Einen kleinen Cocktail Aus Ketamin und Morphium Verabreicht Die haben dieses Aufklebersheet Du musst ja dann Die müssen ja von so einem Aufkleberblatt Wo so ganz viele Aufkleber drauf sind Von wegen Welche Medikamente Und so Da müssen ja die Aufkleber dann abziehen Und da drauf kleben Und da waren Ketamin und Morphium Waren ab Ist das die Vagina Dentata Vielleicht kann ich dir Helfen sie zum Blühen zu bringen Die würde einen riesigen Beilagensalat hergeben Wenn man sich vergiften will Vielleicht kann ich dir Helfen die Orchidee Zum Blühen zu bringen Das wird ein magischer Augenblick Ja Da sollten aber nur Absolute Fachleute In der Nähe sein Wie ich Ich bin 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 mehrmals An Orchideen gestorben Es gibt im Archipel Ganz viele unterschiedliche Orchideen Aber die sind alle Äußerst giftig Bis auf eine einzige Art Du kannst mir doch Sicher so eine bringen Oder Selbstverständlich Du weißt ja sicher auch Dass alle anderen Beim kleinsten Hautkontakt Sofort tödlich wirken Ja ey Putins Bratwurst Lange nicht gesehen Aber hier ist halt Pflanzenkunde grad Wo wächst die nochmal genau Wenn du so viel Von den Orchideen Verstehst Wie ist denn dein Verhältnis Zu deiner Schwester Wir verstehen uns Eigentlich ganz gut Aber haben auch Ein wenig Konkurrenz Schließlich arbeiten wir In ähnlichen Fachgebieten Ich finde sie könnte Etwas weniger Angespannt sein Ihr geht es immer nur Um die nächste Große Herausforderung Sie sollte innehalten Und an den Blumen Am Wegesrand riechen Wie du Genau Bis später Also wir haben ja jetzt schon Einige Orchideen angefasst Die uns schmerzlich Schaden zugefügt haben Dieser kleine unauffällige Pfeil An diesem Felsen Ey was geht denn hier ab Aber wir können von hier nicht weg Ich weiß Mir geht's genauso wie dir Falls wir das noch nicht Wir sind aus Teil 1 Und wir können das Lab Nicht einfach so spielen Wie soll das denn gehen Ohne Spielleiter Wir denken uns selbst was aus Hast du dir jemals Schon was selbst ausgedacht? Hi Jane Nach Daniel Nach Daniel Ja genau so funktioniert das Es hat nicht funktioniert Nach den Rico Was macht ihr denn hier auf der Insel? Wir sind wegen des galaktischen Festivals hergekommen Das sollte ein einzigartiges Event werden Galaktische Wesen Viel Action Und Musik Seto Hallo Ja es hat gut funktioniert Ganz viele Stars sollten hier sein Waren sie nicht Total der Flop Keine Stars Wir sind erst fast ertrunken Und dann kam der Sturm Tja Das war alles nichts Aber wir haben hier noch ein paar Gleichgesinnte gefunden Und dachten uns Da machen wir halt ein Lab Achso An Daniel Verstehe Okay Mit Larm Mit Larps kenne ich mich aus Mit Larps kenne ich mich aus Klar Du machst dir offensichtlich selbst eins zu diesem alten Tanzfilm Mhm Genau Wie funktioniert das denn mit eurem Larp-Dings? Wir erleben die tollsten Abenteuer in einer fantastischen Welt Jeder von uns schlüpft in eine Rolle Und der Spielleiter sagt uns was wir erleben Das ist alles Das ist schwerer als es klingt Ein Spielleiter muss exakt wissen was er tut Sonst wird es langweilig Schaust voll fertig aus Naja Ich arbeite noch an meinem gebrochenen Bein Das bringt mich so ein bisschen aus dem Rhythmus Hey Ich kann für euch den Spielleiter machen Was? Du? Siehst gar nicht danach aus Was meinst du was ich für eine Fantasie habe? Es zerrt langfristig an meinen Kräften Wir müssen aber für uns alle hier wirklich was zu bieten haben Klar doch Wir wollen aber auch an einem Ort spielen der perfekt für uns ist Wie stellt ihr euch denn vor? Wir wollen echte Helden sein und Todesfallen meistern Je gefährlicher bist du besser Kennst du so einen Ort? Ja wir werden den Ort noch irgendwie finden Dann sag Bescheid wenn du ihn gefunden hast Habt ihr vielleicht irgendwo ein Buch mit schlechten Witzen gesehen? Was hat denn eigentlich dieser Typ da rechts für ein Ding in der Hand? Kann ich das haben? Klar Wir haben es weggeschmissen Wo denn? Da draußen vor der Höhle irgendwo Okay Muss man da Montag nicht bezahlen? Oder alles? Und in Mindestlaufzeit? Ne Mindestlaufzeit hast du nicht Kannst auch für einen Fünfer rein subben einen Monat Und dann entscheiden ob du bleiben willst oder nicht Warum sind eigentlich keine Frauen bei eurem Lab dabei? Die interessieren sich einfach nicht dafür Ja Keine wollte sich von uns retten lassen Wir hätten sie so schön angekettet Hätte nicht mal was sagen müssen Einfach nur da sitzen und gut aussehen Als wäre das zu viel verlangt gewesen Jetzt müssen wir das alles unserer Fantasie überlassen Ach das musste ich in meiner Jugend auch so handhaben Ich bin 29 Also Juli Oder Juli Mit einem gebrochenen Bein sollte man nicht Autofahren Mein Arzt redet mir auf jeden Fall erstmal noch davon ab Und alleine von den Vom Druck den ich jetzt bei einer Vollbremsung zum Beispiel aufbauen müsste Auf die Bremse wird das überhaupt nicht funktionieren Da würde ich wahrscheinlich nochmal was brechen Weil Ja ey Florian Wie gesagt Wenn du Bock hast Sub halt einen Monat rein Guck ob es dir passt Und zusagt Weißt du Weil wenn du erstmal drin bist Kannst du dir die ganzen Podcasts auch anhören Und kriegst generell zwischendurch mal irgendwie ein paar Infos oder so Ich habe auch ein Bild hochgeladen Was meine Tochter für mich gemalt hat Und so Als ich im Krankenhaus war Oder so Bisschen Kreiskram Kriegt man da schon Die Podcasts sind auch teilweise sehr Private und so Und dann ist jedem sich selbst überlassen Wie lange er Kreis dann da supporten will und so Aber Steady rettet mir Man kann sogar in dem Weihnachts Vorweihnachtspodcast Kann man sogar meine Tochter mal Hallo sagen hören Die Steinscheibe passt genau drauf Weil ich da gerade am aufnehmen war Als sie reinkam Weil sie schon von der Schule kam Und ich noch was aufnehmen musste Die Steinscheibe passt genau drauf Jetzt scheinen alle Scheiben eingesetzt zu sein Nee und ich glaube Es steht sogar im Straßenverkehrsding Die beiden Sachen funktionieren? Ich dachte es sieht aus wie so eine Saftpresse Dass du ja körperlich fit sein musst Um ein Fahrzeug zu bedienen Und wenn ich jetzt in meinem Zustand Ein Auto fahren würde Mein Auto ist übrigens abgemeldet Weil es keinen TÜV mehr hatte Und ich mir das quasi Das Auto erstmal eh nicht Also das Reparieren hätte sich Hätte die Kosten wahrscheinlich überstiegen Die das Auto an sich noch wert hat Und Das Auto ist jetzt eh erstmal abgemeldet Schon seit zwei Wochen Und steht jetzt erstmal nur im Carport vor sich hin Und ich muss das noch ausräumen Oder aufräumen Mal gucken ob meine Mama mir dabei hilft Oder so jetzt die Woche wo sie da ist Und dann Nehme ich mir eine von diesen Karten Die immer am Auto stecken Und rufe da an Und sage hier nimm das mit Vielleicht gibt der mir noch 500 Euro Weil es neue Reifen Und eine relativ gute Batterie hat Und dann Aber im Moment bin ich eh autolos Und ich wollte halt nicht Und ne So durch den finanziellen Verlust Den ich jetzt hatte Mit diesem ganzen Beinengebrechescheiß Und so Habe ich dann auch erstmal gesagt Okay ich warte jetzt erstmal Ob und was für ein Auto Ich mir überhaupt wieder leisten kann Und wenn ich dann Wieder gesund bin Und fahren kann Dann schaue ich mich in Ruhe um Es bringt jetzt auch nichts Ein Auto zu kaufen Und dann kann ich erst In zwei Monaten wieder fahren Oder so Mein Bruder hat auch Ziemlich lange gebraucht Kerzen Kerzen braucht man immer Und wie gesagt Ich habe ja jetzt nicht nur einen Ich habe halt Sprunggelenk Schienenbein Und Wadenbein gebrochen Und Jetzt kommen dann eh erstmal In knapp drei Vier Wochen Kommen dann die Schrauben Wieder raus Die ersten Und dann ist immer noch Platte drin und so Und dann muss ich halt gucken Mit Milch Besonders gut Ne Neuwagen hole ich mir Sowieso nicht Ray Das lohnt sich nicht Permanent Marker Oh Wie nützlich Ich hole mir einen gebrauchten So ein Wahrscheinlich wird es So ein Octavia Oder sowas Und dann bin ich damit durch Hey Ich bin Larry Larry Leffer Und du siehst aus wie Ein Skifahrer Ein Zeitreisender Was Wie kommst du denn auf sowas Ich bin Hausmeister Das wäre meine nächste Vermutung gewesen Ich bin Will Comply Äh Interessant Ja Florian Du kannst dich bei meinen Eltern bedanken Octavia RS Wäre nicht schlecht Habe ich mir auch schon ein paar angeguckt So ungefähr Ist aber Ähm Ein bisschen über meinem Budget Sag ich mal So Octavia RS Da bist du so bei 13 bis Also Je nachdem wie viele Kilometer er hat Aber da bist du auf jeden Fall So bei 13 bis 15.000 Und Ähm Das wäre mir ein bisschen viel Also wenn wir jetzt heute Abend noch 5.000 machen Hier im Chat Dann Ja Dann hole ich mir einen RS Aber ansonsten wahrscheinlich eher nicht Was machst du so als Hausmeister Naja Putzen halt Arbeitest du an einer Schule oder so Ach was Ich bin freiberuflicher Hausmeister Wenn irgendwo der Schmutz zu viel wird Wen ruft man dann Dich Genau Will Comply Bekommt alles sauber Auf Wunsch schreihe ich auch Schulkinder, Mieter oder Angestellte an Kostet aber extra Wie bist du hier gelandet Ich hab eine neue berufliche Herausforderung gesucht Da kam dieses galaktische Festival gerade recht Ich dachte mir Hey du bewirbst dich direkt im passenden Outfit Dann hab ich mir das hier selbst geschneidert Hab den Job sogar bekommen Und Naja du hast ja sicher mitbekommen wie es ausgegangen ist Ganz weiß ich nicht wie ich wieder nach New Lost Wages komme Und bin irgendwie bei denen hier gelandet Sie meinten zu mir sie brauchen noch mehr Mitspieler für ihr Lab Hab ich zwar noch nie gemacht Aber ich bin flexibel Audi Die Y-Gamer Hab ich auch einen Auf meiner Parkliste hier im Bei mobile.de hatte ich Ne da kannst du ja so eine Parkliste machen quasi Ne so von wegen hier Will ich speichern Dum 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 Aber wie gesagt im Moment kann ich eh nichts machen Was soll ich mir jetzt ein Auto angucken Ich kann es nicht mal Probe fahren So ne Bei diesem Lab bist du dann Äh was Da bin ich natürlich ein intergalaktischer Hausmeister Ist das nicht ein wenig fantasielos Bei einem Lab geht es doch darum In völlig andere Rollen zu schlüpfen Aber warum sollte ich meine angeborenen Fähigkeiten Komplett ablegen Außerdem ist so ein Wischmob Eine nicht zu unterschätzende Waffe Er ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser Unter den Reinigungsgeräten Ich war ja schon an vielen Orten Aber erst auf dieser Insel habe ich das Wort Inselbegabung verstanden Ja oder wie Venom So ein Hyundai i40 glaube ich Hatte ich einen gesehen Der stand auch schick da Hatte so knapp 90.000 gelaufen oder so War gar nicht mal so teuer Im Verhältnis Ich kann dir als Spielleiter eine tolle Geschichte bieten Echt? Kann ich da drin auch putzen? Ja? Am besten spielt das an einem total verdreckten Ort Wo ich heldenhaft putzen muss Kennst du so einen hier? Ich muss erst noch den perfekten Ort für das Lab finden Gut Dann sag Bescheid Wir müssen jetzt irgendwie rausfinden Also das Witzebuch liegt angeblich irgendwo draußen Wahrscheinlich im Busch Und den Busch müssen wir irgendwie entfernen Dann haben wir hier Symbole Hm An denen kann ich nichts verändern Nacht Lilith Danke fürs Zuschauen Hm An denen Du kannst sie aber sehen Der Lichtstrahl sagt mir Dass ich ihn Maya mäßig Ah Warte mal Oh Antennen Oh warte mal Äh Normale Hand glaube ich Oder Irgendwas mit Brust anfassen War da Wenn wir durchs Loch geguckt haben So Warte mal Warte mal ganz kurz Ich würde gerne noch mit denen hier reden Da liegt noch ein Stock Aber den können wir nicht nehmen Hey Smokey Bear Du bist ja auch hier Larry Leffer Red Shirt Das ist der Mann Von dem ich dir erzählt habe Ich habe ihn befreit Ja genau Raus aus dem Schlafschaf Schlaf Ich hoffe ich habe auch so ein Erweckungserlebnis Mit deinem Ding da in der Hand Kannst du auf jeden Fall was erwecken Was hast du in letzter Zeit so getrieben Smokey Nicht so laut Die haben ihre Mikrofone überall Wenn ich nicht aufpasse Orten die mich wieder Geht klar Ich musste schnell aus New Lost Wages weg Weil sie Witterung aufgenommen hatten Sie waren überall Dieser Mann im Bus Der sexy Kreis braucht definitiv Den RF Tarantino Alter P Tarantino Warte kurz Ich habe gesehen Da war eine Super Chattonation Die ich überlesen habe Dort habe ich auch einen Flyer Für ein galaktisches Festival Hier auf der Insel erhalten Da sollte es auch Vorträge geben Über die Aliens Die vor langer Zeit hier gelandet sind Und eine Hochkultur begründet haben Angeblich haben sie hier tiefes Wissen Über die Menschheit versteckt Einen Ort An dem man die endgültige Erkenntnis Über sich selbst entdecken kann Äh P Tarantino Dankeschön Für 99 Cent im Super Chat Ja Kreis brauchen er es Guck mal 500 Zuschauer Wenn jeder 1000 Euro donatet Oh ne Dann kann ich mir ein Urus kaufen Ähm Nein Leute Lasst euch jetzt nicht davon wieder triggern Ich spare mir das irgendwie zusammen Ich habe ja noch ein paar Monate Zeit Und ich muss das halt jetzt alles Auch ein bisschen durchkalkulieren Davon habe ich auch schon gehört Siehst du Da muss doch was dran sein Jedenfalls war das Festival eine Katastrophe Ich weiß nicht wer das organisiert hat Aber da hat gar nichts gepasst Immerhin habe ich diese anderen Leute kennengelernt Die ein Lab durchführen Sag es ihnen nicht Aber ich glaube die halten das nicht für das Spiel Und dann fällt er sowieso direkt Hey Verruf ist auch wieder da Hi Hey Verruf ist auch wieder da Hi Ich weiß doch auch nicht wie sie das meinen Aber ich bin ein wichtiges Crewmitglied Das haben wir doch so vereinbart Ich verstehe davon doch nichts Aber die beiden scheinen zu wissen wovon sie reden Eigentlich heiße ich Captain Dickhardt Nachbalküre Jedenfalls wollen wir hier so ein Lab spielen Was soll denn in diesem Lab passieren? Also ich will hier Spuren einer alten Zivilisation finden Die könnte hinter der aktuellen Verschwörung stecken Und ich erwarte ein interstellares Abenteuer Die Karte Schmetkelst nur in meiner Kommune Berserker Ich mach Spielleiter Ach Enrico Ich kann für euch den Spielleiter machen Meinst du das ist was für dich? Ach er soll es ruhig mal versuchen Dafür brauchen wir aber wahrscheinlich das D&D Buch von dem Wir brauchen aber auch das perfekte Setting für uns Hast du eins gefunden? Ich muss erst noch den Wir warten Bis später Mal mit dem Red Shirt quatschen Achso okay der gehört dazu Bis später So jetzt gehen wir erstmal gucken Witzbuch könnte im Busch sein Weil hier geht's in den Dschungel Das ist die Orchidee Hier ist der Busch Können wir den Busch irgendwie entbuschen? Vielleicht ein Energy Drink reinschütten? Das ist gut so wie es ist Können wir Alkohol reinschütten? Das hilft mir nicht Können wir dem Busch Beeren hinzufügen? Besser nicht Können wir den Busch ausgraben? Die beiden Sachen funktionieren? Ich guck nochmal kurz hier in das Hole Ich kann durch das Loch was erkennen Ameise, Alien-Dings und Mobs anfassen Okay wir brauchen irgendwie Ameise, Alien-Dings, Mobs anfassen Ich geh mal davon aus Dass das Buch in dem Busch ist Haben wir hier so ein Ameisending da? Antennen, Ameisending, Mobs anfassen Ist das eine Anspielung auf die alten Monkey Island Sicherheitsdinger? Okay oben können wir es so lassen Mitte ist so alter kaputter Fernseher mit vier Punkten drüber Und unten ist irgendwie Raum, Sonde, Afterhöhle mit Dreieck in der Mitte Okay, das sollten wir hinkriegen Ja Haben wir das doch schon? Jetzt brauche ich noch hier Raum, Sonde, Afterhöhle, Dings Ja Ich kann durch das Loch was erkennen Oh, Lollipops, Alien Und Mr. Burns Lollipops Äh Alien und Mr. Burns Okay Spirale, Silvesterrakete und Pobackenkäfer Spirale Oh, was dauert aber hier, hä? Silvesterrakete Bobackenkäfer Oh, Tentakel, Erdwurm, Mittelfinger Ich feiere deine Streams und bin dir dafür sehr dankbar Geil Ich werde schnellstmöglich wieder gesund Vielen, vielen Dank Ja, Faruk Das stimmt allerdings Sage ich nicht nein Äh, so Ist das jetzt oben, Mitte, Fernseher? Äh, oben, Mitte, Fernseher Faruk Dankeschön für 10 Euro Vielen, vielen Dank für die Unterstützung Ich würde sagen, das ist jetzt oben, ne? Mitte ist hier so Ja, ihr wisst schon Dreiecke In dreieckigen Dreiecks Symbol Dings Unten können wir so lassen Oben ist Fernseher Nach der Spätschicht Erstmal Kreuz Brotbaum Hi, einen wunderschönen guten Abend Dann kannst du dich ja jetzt schön Entspannern Ein bisschen So, hier hatten wir das Was war in der Mitte nochmal? Äh, b-b-b-b-b Was hatten wir da? Dieses andere dreieckige Dreiecksding Mit ganz vielen Dreiecken und Punkten Das ist da, gell? Ich weiß echt nicht, ob das so gut war Jetzt diese Höhle zu öffnen Geil, mal gucken Ist das so eine ordentlich feuchte Ruine In der wir so ein bisschen rumforschen können? Hm Der Türöffner scheint an die Falltür gekoppelt zu sein Zieh doch nicht dran jetzt, oder? Eine Echsenstatue Ich kann mir vorstellen, wer darauf anspringt Wer denn? Achso Smokey Ich will die nicht anfassen Am Ende Sieht bedrohlich und ziemlich alt aus Ja komm, ich ziehe am verdächtigen Hebel Nein, auf keinen Fall fasse ich hier irgendwas an Warum nicht? Wenn ich jemals einen verdächtigen Hebel gesehen Ich stelle mich nicht drauf So eine schlecht versteckte Falltür ist mir auch noch nicht untergekommen Vielleicht will ja jemand, dass man sie sieht Die sieht nicht aus, als könnte ich sie einfach aufdrücken Wir haben aber so coole Schlüssel, vielleicht So bekomme ich die nicht auf Warum denn ich? So bekomme ich die nicht auf Ach man Aber ich habe jetzt einen Ort für Smokey Bear Lab gefunden Wir können ja Smokey Bear vorschicken Und wenn der die Fallen auslöst, gehen wir nach und Ich kann für... Meinst du das? Ach, also Hauptsache ich... Wir brauchen aber auch das Perfekte Ja, ich weiß genau, wo ich euch ein tolles Lab bieten kann Ja, toll Los geht's Okay, los geht's Ich kann's kaum erwarten Ich mag das hier nicht Die beobachten mich Ich kann es fühlen Fang an, fang an Also, euer Raumschiff ist auf einem fremden Planeten abgestürzt Dort gibt es die Überreste einer uralten Zivilisation Guter Anfang Da nähert sich etwas Es ist... Hm Ein Kobold Aha Das Wesen erfasst Besitz von Smoky Was? Mach das weg! Ah! Na? Wie findest du die Geschichte? Ich weiß nicht Irgendwie passt das alles nicht Was meinst du? Wird ihr das auch? Diese Summen Alter Die Grauen Sie sind ganz in der Nähe Ich glaube Ihnen gefällt's auch nicht Vielleicht Du weißt ja Ich will gegen Echsen kämpfen Mir fehlen wohl die passenden Antworten Vielleicht verstehst du doch nicht so viel vom Lappen, wie du gern hättest Den Rest muss ich später anschauen Oh, 8 Uhr Seminar Dann seminier mal schön morgen, Raycux Dankeschön fürs Zusehen Alter, ein Brotbaum haut einfach noch ein Fuffi auf den Teller Ich glaub das ist nicht, Brotbaum Vielen, vielen, vielen Dank Dein Brot ist so voller Bäume Oder ist dein Baum so voller Brote Was wäre besser? Ein Brot voller Bäume? Oder ein Baum voller Brote? Und ist dein Brot Nicht, wenn es irgendwann vergammelt Auch irgendwie wie der Erde In der ein Baum entstehen kann? Hm Vielleicht sollte ich doch die Medizin wechseln Die der Arzt mir verschrieben Faruk Morgen nach Istanbul Und dann geht's ab Und dann sagt er Merhaba Hün-Kafé-Lütfend Musst jetzt in die Haia Alter, dann haben wir viel Spaß, Alter Morgen Und guten Flug Du weißt ja Könnte Kreis gebaut haben Wenn's ein Airbus ist Ist es so Sehr Möglich Also Teile davon Nicht das Ganze Das ist nicht lustig Hey Ich bin qualifiziert in diesem Job gewesen Ich übernehme durch mein Abhaken Meine Arbeitsschritte Automatisch Eine 30 Jahre lange Garantie Dafür Dass diese Flieger auch Dann am Ende Aber danach kommen noch so viele Leute Die da drüber gucken Und so Keine Angst Da kommen noch qualifizierte Menschen Die sich hinterher anschauen Was ich gemacht hab Und Das so Hier können wir nix machen Aber ich hab meinen Job gut gemacht Das ist gut so wie es ist Und wenn ich ihn mal nicht gut gemacht hab In der Luftfahrt ist immer Melden, melden, melden Notizen Swingles Aufzeichnung Okay, ja Haben wir Schlüsselstein von Cockburn Ist nicht im Grab Regibald Cockburn Gedenk Sachen Gobbel dick Shawnee kennt die Koordinaten Der Insel Bei der Muffing Das Schiff gesunken sein könnte Es liegt bei Minus 20 und 3 Aber vorher muss ich Das Floß Vorne und hinten Stoßsicher machen Ah Gute Idee Aber der kleine Ventilator Sorgt sicher nicht für genug Antrieb Wie krieg ich das Ding jetzt aufgeblasen Ist die große Frage Vielleicht von der Oma am Pool Das würde ihr bestimmt Das ist gut so wie es ist Und dann wäre es weg Also Ja Larry will es irgendwie nicht aufblasen Wo könnte denn hier irgendwie so ein Luftstrom oder sowas sein Den wir nutzen können Das hilft mir nicht Kann ich das mit Energydrink ausführen? Das hilft mir nicht Können wir nicht irgendwie Keine Ahnung Ich meine Wenn wir sie ganz aufziehen Und dann Aus der Entfernung Pusten Dann haben wir ja Bernoulli Effekt Ne? Die Oma am Pool Mit Wodka Besser nicht Vielleicht gibt es hier Ich dachte gerade Ganz kurz Als wir hier rüber gegangen sind Ob man hier so eine Orchidee oder so Hier den Pilz vielleicht Das will ich nicht entsaften Schade Und Bären Letztens bin ich im Wald gewesen Und da wollte ein Orch Eine schöne Frau fressen Da hab ich gesagt Hey und äh Das will ich nicht entsaften Dann wollte ich den Raum absuchen Aber hab nur ne 3 gewürfelt Und dann hat der Orch halt mich gefressen Frisch gepresst Ist halb gewonnen Was macht ein Rogue In einer LGBTQ plus Taverne Er sucht nach Traps Hä? Den verstehe ich selbst nicht Ne das Witzebuch Hab ich nicht gefunden Ich glaub das ist im Busch Aber ich hab nichts gefunden Um den Busch zu zerbröseln Mal ein Bröselbusch Probieren wir den Und an die Ballons Warum hat die Stadtwache Den Zauberer direkt erschossen Er war ein schwarzer Magier Peggy hi So wird das nix Ich teste das besser nochmal von vorn No Das ist jetzt die Frage. Vielleicht ist hier noch irgendwas? Die ist noch feucht. Was sind das alles für Gegenstände? Wenn es nur die Gegenstände sind, kann ich den irgendwie mit heißem Wachs... Kannst du mir das aufblasen? Ah... Ich würde gerne nochmal 555 NASA anrufen. 1-800-Sleaze-Wars... Hallo? Ich möchte mich über einen Bug beschweren. Geht keiner ran? Geht keiner ran? Die Nummer lässt sich leicht merken. Ja, warum willst du sie denn nicht? Rufen wir mal Pi an. Das einzutippen dauert mir zu lange. Ach komm. Die letzte Zahl von Pi. Dann haben wir es geschafft. Rufen wir mal an. Ich rufe die Ghostbusters an. 555-2368. Das ist die Ghostbusters-Nummer? Okay. Aber die gibt es hier nicht. Das sollte ich besser lassen Warum? Ruf doch mal 666 an 42368 Das ist Nein, die brauche ich nicht Oh, you're gonna call Ja, lassen wir den Sklaven da erstmal hängen Aber witzig, dass sie so viele Nummern, ne Dass sie 555 Nase haben, 555 Schuh Diese ganzen Telefonnummern aus dem Dings, so, ne Da habe ich Brotbaum eigentlich schon mal richtig geil gesagt Dass er geil ist mit seinen 50 Euro Bis dahin, also ich fand den ersten Teil vom Reboot ganz cool Ganz klar Aber, ähm, und den Teil finde ich jetzt auch ganz cool Und dafür, dass sie halt jetzt, dass sie für 16 Euro irgendwie Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist Aber vor ein paar Tagen waren noch für 16 Euro Teil 1 Bis zu dem Teil alle Larry Spiele bei Steam Und, ähm, ich finde die gut Für, für ein Reboot sind die gut Aber es fehlt halt L-Low Es, es fehlt dieser L-Low-Touch Nur Das Problem ist, dass L-Low mittlerweile auch 77 Jahre alt ist Und es wäre natürlich geil gewesen, wenn L-Low Er war ja bei dem Remake vom ersten Teil Das wurde ja gekickstartet, ne Vom ersten Larry Bei dem Remake Da war er ja wohl nochmal kurz mit involviert irgendwie Aber hier war er ganz raus Das ist ja von deutschen Entwicklern Und ich finde es aber gut Ich finde es echt gut Jetzt immer noch Ist immer noch Okay Mit 77 kann man immer noch ein perverser sein Ja, aber das haben sie hier auch sehr gut übernommen Das Die sind so ein bisschen mit in dieses Thema von wegen Ja, so kannst du dich halt nicht mehr benehmen Weil Larry ist ja quasi aus den 80ern Aus irgendeinem unerfindlichen Grund Aufgewacht sozusagen Im Jetzt Und wie gesagt, ey Für die paar Euro habe ich mir echt gedacht Boah, weil ich sie selber auch noch nicht gezockt habe Hol ich sie mir Weil Irgendwie geil Mir machen sie echt Spaß Ich zocke jetzt schon seit Fünf Streams Oder vier Streams Durchgehend Ich kann mich wirklich nicht beschweren Ja, Larry 7 habe ich ja auch vor Boah, ich weiß gar nicht Vor ein, zwei Jahren oder so Habe ich sie auch nochmal komplett Durchgestreamt Und Larry 7 ist halt so ein Ding Alter, das ist topnotch Larry 7 ist einfach mega geil Larry 7 war für mich das Das coolste einfach Weil es auch deutsche Synchro hatte Und so Und man, wo es Tildo spielen konnte Aber wir müssen auch noch eine Orchidee finden Eine andere Also eine nicht giftige Ich muss los Das Witzebuch hat der Typ auf der Bühne Aber das Nein, nein, nein Der Typ auf der Bühne hat das Dungeons & Dragons Buch Was wir brauchen Um den Typen mit diesem Pimmeldetektor Und seinen Echsenmenschenfreund Zum Lab zu kriegen Dafür brauchen wir das Dingsbuch Die blaue war giftig Ey, ey, Stahlherz Jetzt mach hier nicht Ja, die war giftig Ja, die war giftig Leute, wir müssen irgendwie Das Floß absichern Damit wir zu Minus 20 Koordinate 3 kommen Abgeschlossen Aber ich höre jemanden da drin Schwer atmen Meinst du Glory Hole oder was? Das Ventil des Gummitypen Passt genau in das Loch Ne, echt jetzt? Oh Gott Okay Yeah Okay, Boot ist abgesichert Wir können fahren Oh Mann Alter, da wäre ich im Leben jetzt ohne Chat nicht drauf gekommen Im Leben nicht, Alter Rein ästhetisch ist das vielleicht nicht die beste Stoßsicherung Aber solange sie funktioniert Ja Ja Aber siehst du, das ist schon mal ein Kaufgrund Für die paar Euro so ein Spiel mit Ist doch schön Ähm Minus 20 Plus 3 war es, ne? Es hat geklappt Wir haben die Wellen überlebt Alter, was ist das denn? Deponia? Ich füge die Insel der Navigations-App hinzu Larry, was diesen Schifffriedhof angeht Habe ich noch etwas aus dem Dossier Ja? Captain Muffington hat wohl versucht Die Machenschaften dieses Marquise zu unterbinden Aber riesige Wellen haben sein Schiff Die Unsatisfied auf ein Riff geschlagen Die Unsatisfied Ist daraufhin gesunken Mit ihm an Bord Das heißt, sein Schlüsselstein ist erscheinlich mit ihm untergegangen Hier auf der Insel findest du vielleicht noch weitere Hinweise Dum, 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 dum Alter Schrott Alter, R2D2 liegt hier Nein, ich hab mir abgewöhnt, Schrott zu sammeln Christian Der Hutzeler Dankeschön, Alter Für 10 Euro im Superchat Mega nice Vielen Dank für die Unterstützung Richtig geil Guck mal da mit so einem fliegenden Superkartoffelmann Vielleicht findet er auch Emilia Erhardt Keine Ahnung, ist das die Die MSS Longplay, was? Hier ist Schrott, da ist Schrott Schiffswrack Die sollen lieber in Frieden ruhen Der Berg hat eine interessante Form Vielleicht, mach mal Hm Ja, gehen wir erstmal auf den Felsen und reiben ein bisschen an ihm Keine Werbung einwerfen Guck, ob das Du sollst auch gucken, ob was Ob du was Steht Klitcoin UG Haftungsbeschränkt Klitcoin Geil, echte Klitcoins Oh ey, die würde ich investieren Ja, da würde ich aber Platz Polly Nicht Polly Nicht Polly Ja, ich weiß Du bist nicht Polly Das haben wir doch ausdiskutiert Ja, Briefkastenfirma mal anders Ja, wir haben doch Futter Der Narenkopf ist wieder zurück in der alten VIP-Bande Geil, dankeschön Hey, wo bist du hier reingekommen? Vielen Dank für die Unterstützung Hast du dich an Satoshi vorbeischmuggeln können? Ich spreche Papageisch Ich bin ein Genie, ganz klar Ich bin ein Genie Haha, Humor hast du jedenfalls Moment Das hast du nicht ernst gemeint Nein, sicher nicht Ich bin Larry Larry Leffer Und was macht ihr hier? Du stehst im Firmenhauptquartier eines Startups Das die Welt verändern wird Ach Was verkauft ihr denn? Wir verkaufen nichts Wir revolutionieren Bezahlungen und Verschlüsselungen im Internet Muss man jetzt im Internet bezahlen? Wir natürlich nicht Wir sind Piraten Oh Mann, Dogs Jetzt blass dich nicht so auf Aber wir sind Piraten Le Kack Und die furchtlosen Bukakeniers Wir sind Unternehmenspiraten Die Bukakeniers Ist das Simon Kretschmer? Du weißt doch sicher, was eine Kryptowährung ist Ich hab die letzten zwei Tage Pen & Papers geguckt Und das klingt stark danach Sorry, ich hab gerade Hab ich hier in der anderen Hose Hab ich gerade in der anderen Hose Und wir können gefahrlos unsere Server betreiben Die unsere Kryptowährung hosten Außerdem haben wir hier genug Platz Sie effizient mit Wasser zu kühlen Davon ist hier genug Na Schau mal Larry Hier geht's mit den Typen wie mir mit dir Wir haben noch etwas Probleme mit der Internetgeschwindigkeit Aber das bekommt mein kleines technisches Genie noch hin Nicht wahr, Dogs? Musst den Kerl neu kompilieren Dadurch können wir die Serverlast senken Die Bitrate erhöhen Und die Latenz verbessern Es dauert ungefähr eine halbe Stunde Excellent Okay Hier, ein fähiger erster Offizier Braucht ihr vielleicht noch einen fähigen ersten Offizier für eure Piraten-Crew? Du meinst, du willst anheuern? Er trägt zumindest ein Matrosen-Outfit Ich glaube, meine Crew ist vollständig Für Führungsfragen, Visionen und Organisationen bin ich selbst zuständig Um die technische Umsetzung kümmert sich Dogs Ey, Larry Stream, ohne dass Larry Sex hatte Oder ein Einhorn-Dildo hinten reingeschoben kriegt Ist schon Ich kann jetzt noch nicht aufhören, ne? Kann noch nicht aufhören Auch wenn's 23 Uhr ist Kannst du mir dieses Technik-Dings mit dem Krypto-Kram von euch nochmal erklären? Aber wir haben ja noch niemanden bestiegen heute Oder uns beschleigen lassen Hey, ich hab früher Telespiele programmiert Telespiele, so Dann ist Kryptowährung für dich sowieso zu hoch Was genau macht man denn damit? Also Sie ist eine nicht zu knackende Datenbank Wofür? Für alles Beispiele? Hör mal, ich hab jetzt keine Zeit für einen Nachhilfekurs Wir stehen kurz vorm Launch Ne, Stan aus South Park klingt anders, Mr. P Ich suche hier ein bestimmtes Schiff Davon gibt's hier genug Ein altes Segelschiff Die Unsatisfied Doch, das kenne ich, das Wrack Wo schwimmt es denn? Es schwimmt nicht mehr Es ist gesunken Wir haben unseren wassergekühlten Server direkt daneben runtergelassen Hast du dort vielleicht auch sowas wie einen Schlüsselstein gesehen? Nein, aber ich hab mir das Wrack auch nicht genauer angeschaut Wir arbeiten hier an der Zukunft Da halten wir uns nicht mit irgendwelchen Relikten auf Ich segle dann mal davon Für mich klingt der irgendwie nach Simon Kretschmer Das hängt da bestens Auf der Plakette steht Die Schwertmeisterin von Melibido Island Haha, Melibido Island Guck und da Das Bild Ihr wisst, die Anspielung Du kämpfst wie eine Kuh Da Le Kack Plastikschul Ach, er ist Le Kack Das fällt mir jetzt erst auf So tief sind meine Taschen auch wieder nicht Das ist kein echtes Gold Das ist nur Plastik Sadie Hallöchen Ich bin Larry Larry Liffer Sadie Heute schon was vor? Klar, wie immer Du rumstehen und ignoriert werden Ich weiß nicht, wie man dich ignorieren kann Ach, das schaffen die beiden ohne Probleme Moment Baggerst du mich an? Klar Na super Soll ich mich jetzt gerade wieder freuen Dass mich überhaupt jemand beachtet oder was? Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher Ja, ich mir irgendwie auch nicht Klar Oh Mann Dein Outfit ist jedenfalls Piratig Le Kack besteht darauf Er meint, das sei unsere Corporate Identity Und wichtig für unsere öffentliche Wahrnehmung Ihr habt einen Firmensitz auf einer Insel, die man kaum erreichen kann, weil riesige Wellen alles zerschmettern und ihr macht euch Sorgen übers Marketing? Er ist nicht so empfänglich für Logik, aber ich gewöhne mich langsam an den Säbel Wahrscheinlich brauche ich den noch Hm, vielleicht Äh, danke für die Clitcoins Fünf Clitcoins von Narrenkopf Mega nice Werde ich sofort investieren Wir müssen Elon Musk dazu bringen, die Clitcoins zu erwähnen, damit sie im Wert unermesslich steigen Wie bist du denn hier gelandet? Ey, ich könnte mich so ärgern Vor zwei Wochen habe ich mein Studium abgeschlossen Was hast du denn studiert? Betriebswirtschaftslehre Da habe ich diese Stellenanzeige gesehen für ein Praktikum in einem Startup, das eine Kryptowährung entwickelt Ich dachte, hey, das ist ja das perfekte Sprungbrett für mich Dann arbeite ich ein paar Monate im Silicon Valley, mache viel Praxiserfahrung Und wenn die Firma zu mir passt, kann ich vielleicht voll einsteigen Und jetzt bin ich hier Immerhin hast du den Job bekommen Ich war die Einzige, die sich beworben hat Le Kac will von mir nur Kaffee Und tut so, als wäre ich seine Sekretärin Und beim Management darf ich gar nichts machen Er meint, nur ein Kapitän könnte das Steuer halten Und dann steht er nur draußen und guckt mit dem Fernrohr aufs Meer raus Oder füttert den hohlköpfigen Papagei Vielleicht bekommst du ja noch deine Chance Ach was Meuterei Er behält mich doch nur, damit er behaupten kann Bei ihm werde Diversity großgeschrieben Kann ich dir irgendwie in deinem Job helfen? Du kannst mir helfen, was anderes zu finden Sag ihm das nicht, aber ich schaue mich schon nach einem besseren Job um Es muss doch eine Stelle geben, wo meine Fähigkeiten wirklich gebraucht werden Ich hoffe, ich muss nicht schon wieder umziehen Okay, wir müssen ihren neuen Job besorgen Dieser Kapitän ist irgendwie komisch Vor allem ist er kein Kapitän Hat irgendwer schon gesagt, dass er die Art Job, wie sie ausfüllen, braucht? Hau, häng er nur kotzend über der Reling Bis später Hm Pudelchiff, nehmen wir mit Nein, das lasse ich am Ende noch fallen Ja, ist doch gut Auf der Plakette steht Die Schwertmeister Nein, das lasse ich Auf der Plakette Da und Auf der Plakette steht Ist alles die Schwertmeisterin von die Libido Island, oder was? Hey Was denn? Was genau machst du hier? Ich bin der technische Leiter Du hast sicher viel Erfahrung Klar, Alter Was meinst du, wo ich mich schon alles rangehackt habe? Der Stromausfall? Letztens in You Lost Ages? Alter Das war Ich Aber es gibt doch dauernd Ausfälle, weil das Stromnetz dort so schlecht ist Ja, das sagen die da oben, um dich zu beruhigen Hey Und wenn ich dir irgendwas aus dem Darknet beschaffen soll Sag Bescheid Doch das klingt wie Simon Kretschmer Der bei Ultracore den alten Vampir spielt Sag mal Du zockst doch was auf dem Laptop Gar nicht wahr Guck Du hast doch gerade einen Boss-Key gedrückt Und jetzt sieht man eine Tabelle Was? Den kennst du noch? Du verstehst mehr von Technik, als ich gedacht hätte Also Was zockst du da? Farbneid Nie gehört Worum geht's da? 100 Spieler werden auf einer Insel abgeworfen Und müssen sich dann gegenseitig töten Können die nicht einfach eine riesige Orgie feiern? Alter Du verstehst echt nichts von Computerspielen Da geht's ums Killen Nicht um Sex Naja Weiß ich jetzt nicht, ob das so stimmt Ich muss los Hm Ja Also Wir müssen für sie einen neuen Job finden Meuterei mäßig irgendwas hier machen Denk ich mal Und wir wissen jetzt, dass das Schiff irgendwo draußen gesunken ist Ich bin kein Problem Da ist eine Kanone Ich lasse sogar die Finger von Waffen, die eindeutig nicht mehr funktionieren Ja, vielleicht ist da irgendwas drin Die hat schon lange ihren letzten Schuss abgefeuert Hm Hä? Wollten noch mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwie Soll ich jetzt vielleicht wieder ins Wasser sch- Huh Das ist gut so Achso Keine Ahnung Fahren wir erstmal wieder auf die Wagaga-Insel mit dem Penisfelsen Also wir müssen da hinten irgendwie die Tussi ablenken Und die Tussi steht auf lange Schwengel Du musst lernen, dich selbst zu akzeptieren, wie du bist Wie das denn? Du musst deine maskulinen Eigenschaften akzeptieren Das Problem habe ich selbst auch Aber ich habe irgendwann einfach annehmen müssen, dass meine maskuline Virilität keine Grenzen hat Ah, ja, das stimmt Aber die anderen verhalten sich so komisch mir gegenüber Die Gesellschaft hier hat einfach Ansprüche an mich, die ich nicht erfüllen kann Oh Mann Wenn du dich selbst attraktiv findest, dann tun das auch andere Ja, da ist schon was dran Okay Okay Wollen wir nochmal mit dem Mit dem Sexsklaven reden vielleicht? Ich dachte, wir können ihn irgendwie überreden, dass er seinen Schniepel zeigt Was? Wie bist du raus? Äh, zurück mit dir Okay Quatschen wir nochmal mit ihm Hallo Arik Kannibal-Lesben sind das hier, Arik Nö Ich muss dringend weg Ach, wie sch- Können wir jetzt nochmal mit dir Kannst du nochmal reinkommen? Was denn jetzt schon wieder? Ich würde dir gerne nochmal mein Ding zeigen Oh Ist das das Witzbuch? Wer möchte das nicht? Aber immer wenn wir etwas tun, was nicht den Regeln im Heiligen Buch entspricht, sucht uns die Schwester Oberin heim Sie zieht dann durch unser Dorf und jagt uns Angst ein Ich habe letztens mit Otis geredet und da habe ich gemerkt, wie gut sie riecht Irgendwie so Anders als alle anderen hier Das hat mich neugierig gemacht, aber da ist die Schwester Oberin erschienen So herb Naja, Mimir, wir haben ihr vorhin unser Ding Dong gezeigt und da hat sie gesagt, der wäre sehr schrumpelig, aber wenigstens nicht verbrannt Was Otis angeht Was ist mit ihr? Also, du bist schon irgendwie neugierig auf sie? Ja Sie hat schon etwas an sich, das ist irgendwie männlich Die Schwester Oberin darf das nicht hören Natürlich Nein, hallo? Ja, wir werden jetzt Otis überzeugen müssen, dass er ein richtiger Hengst ist und dann Dann ist das Camp frei und wir können alles mitnehmen Ich glaube zumindest, dass es so Warte mal eben kurz gucken Gibt's hier eine Orchidee im Bild irgendwo? Nee, leider nicht Ich sehe gerade keine Da Diese Wendy findet dich interessant Echt? Das? Das wäre ja toll Du magst sie auch? Wenn ich sie anschaue, passiert da unten irgendwas Oh ja, Larry Du bist interessiert an Wendy Sie ist interessiert an dir Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob sie wirklich auf mich steht Schau dich doch mal an Ein Mann wie du Deine barbarenhafte Behaarung Deine barbarenhafte Behaarung Und dann Deine starke, sonore, starke Stimme Deine sonore, starke Stimme Und erst Ein durchdringend männlicher Blick Dein durchdringend männlicher Blick Also? Du hast recht Ich bin wirklich total männlich Vielleicht sollte ich es wirklich wagen Auf Wendy zuzugehen Aber wie kann ich sie neugierig auf mich machen? Nun, du hast ja diesen Ländenschutz an Ja, der gibt mir viel Freiheit untenrum Und alles baumelt so schön Ich habe gelernt, dass die Leute sich heutzutage gegenseitig Fotos schicken von Du wirst schon Was ist ein Foto? Lass mich einfach mal machen Wendy wird begeistert sein Wenn du das sagst Ja, wie kann ich jetzt ein Foto machen? Otis Schritt Okay, halt mal still Ich mach ein Foto Tut das weh? Nur wenn man es ins Internet stellt Wohin? Reden wir lieber nicht darüber Okay, hab ich jetzt Hahaha Ein Dickpick Toll Ja Haben wir einen Dickpick Was denn jetzt schon wieder? Ich habe hier ein Foto, das dich interessieren könnte Zeig mal Ach, was soll schon passieren? Ich passe hier für dich auf Vielleicht reicht das schon Ich bin ja schon so neugierig Otis kann es auch kaum abwarten, dich zu sehen Viel Spaß Hahaha Wer hätte gedacht, dass man mal mit einem Dickpick irgendwie, äh, weiterkommt im Leben Sehr gut Der Weg ist frei Geil So, jetzt können wir erstmal hier das Buch genauer Das ist das heilige Buch der Kannibalinnen Es sind lauter zerfledderte Seiten Da steht beispielsweise Du sollst nicht bei einem Mann liegen, wie bei einer Frau Es ist ein Gräuel Oder hier Wenn jemand bei einem Manne liegt, wie bei einer Frau So haben sie getan, was ein Gräuel ist Also liegen sie nur bei Frauen Hm, ganz logisch Das findest du logisch? Oder die Stelle hier Denn ich sage euch Keinem der Männer, die eingeladen waren Wird mein Abendmahl schmecken Also lassen sie sich Männer schmecken Hm, nur konsequent Ich hoffe, du baust dir nicht selbst irgendwann ein heiliges Buch zusammen Äh, das klingt aber, als müsste ich das Kann ich da mit einem Textmarker vielleicht einfach Besser nicht Hm Ich habe gehört, dass es nicht gut ankommt, wenn man heilige Bücher verändert Wobei das hier wahrscheinlich auch nicht viel ausmachen würde Hm, okay Das hier scheint eine Rekrutierungsbroschüre zu sein Die nehme ich mit Ja Das sind eine Menge Broschüren über alles mögliche, was es auf der Insel gibt Join the Cannibals Die Kannibalinnen suchen wohl nach neuem Personal Suchen sie eine neue Herausforderung Werden ihre weiblichen Fähigkeiten nicht geschätzt? Unser Kannibalinnenstamm sucht immer motiviertes Personal Vorerfahrung als Kannibali ist nicht nötig Hm Freiwillig gehe ich da nicht rein Und selbst wenn ich was rausholen könnte, werde ich das nicht tun Hm Salz und Pfeffer nehmen wir aber mit Ja Salt and Pepper Spielzeugrekorder Das ist ein einfacher Rekorder für Kinder Oder für mich Zum hinteren Teil der Insel gehen wir zuerst mal hin Ich klicke danach hier auf die Hütte der Kannibalen Weil die sperren mich wahrscheinlich wieder ein dann Oh Larry, wenn einige der Gründerväter hier im Archipel gestorben sind Und hier sind ganz viele Gräber Manchmal denkst du sogar mit Aber ich kann doch jetzt nicht einfach jedes Grab aufbuddeln Wir müssen wissen, welches für uns interessant ist Oh Die lasse ich auf alle Fälle in Ruhe Fasse ich nicht an Wenn du das lesen kannst Stehst du genau auf meinen Brüsten Ich sagte nur über meine Leiche Und ich habe Recht behalten An Langeweile gestorben Es ist ein Piratentod für mich Boah, das kann man ja alles anklicken Für die einen ist es ein Grab Für mich ist es das kleinste Mausoleum der Welt Ob da auch eine Pi begraben ist? Immerhin muss ich morgens nicht mehr aufstehen Toller Grabspruch auch Adventures sind tot Ich sagte doch, begrab mich an der Biegung des Flusses Auf dem Grabstein steht Was sich bewegt, kann man auch vögeln Moment Bobby sagte, dass das das Motto von Cockburn sei Das muss sein Grab sein Aha Hier ruht Schwester Oberin Frigid Krümelig Können wir ein bisschen lockere Erde mitnehmen? Eine Skeletthand Kann ich die Skeletthand mitnehmen? Ups Ich habe einen Finger abgebrochen Das muss reichen Na toll Gute Idee Aber so nicht Hm Okay, wir nehmen erstmal die Schaufel und gehen hier dran Keiner in der Nähe Also los Ich habe Regibald Cockburn gefunden Geil Herr Cockburn hat einen Handschuh Da ist eine Notiz drin Ah Ich nehme sie mit Das ist die zweite Seite von Cockburns Tagebuch Er hatte den Weg zu Lady Gobbledicks Grab beschrieben Er beginnt auf der Lichtung am Strand Das G markiert den Punkt Dann ist da noch eine Wegbeschreibung Ach, das G Den brauche ich nicht Ich habe einen ausgeprägten Orientierung Wir haben doch ganz am Anfang so ein G gefunden Ich bin doch keine Frau Oh Gott Erre Brusttasche Flasche? Kaputte Flasche Sicher? Da ist nichts drin In dieser Tasche ist etwas Goldenes Ich nehme ihn mit Ha Der wird Bobby sich freuen Hm Das ist irgendwie ein seltsamer Siegelring Der ist doch viel zu groß für einen Finger Und was macht dieser komische Knubbel? Leer Keine Ahnung wie das aussieht Sowas habe ich noch nie gesehen Zähne mitnehmen? Nö Nur eine kaputte Flasche Nicht mehr zu gebrauchen Ähm Kompass brauchen wir auch nicht angeblich Eine Voodoo Tasche Können wir die mitnehmen? Yeah Darauf steht etwas Instant Draht zu den Toten Bitte dazugeben Etwas das geliebt wurde Etwas vom Körper eines Nachfahren Etwas vom Körper des Toten Wachs um alles zu verbinden Und letztlich etwas feine Würze Bringe die Tüte sodann zum Grabe Okay Wachs Wachs um alles zu verbinden Hier so ein Finger Etwas vom Körper des Toten Feine Würze Etwas feine Würze Und irgendwas von einem Nachfahren Das lässt sich nicht Das hilft mir nicht Gute Idee Aber so Die beiden Sachen Das lässt sich nicht Das hilft mir nicht Gute Idee Die beiden Sachen Das lässt sich nicht Das hilft mir nicht Gute Idee Mh Die beiden Sachen Irgendwas fehlt uns noch Das lässt sich Das hilft mir Etwas fein Etwas vom Körper Wachs um Aber das scheinen noch Etwas fein Etwas vom Körper des Wachs Haben wir Haben wir Was brauchen wir denn noch? Etwas das geliebt wurde Etwas vom Körper Eines Nachfahren Etwas das geliebt wurde Etwas vom Körper des Toten Wachs um alles Und was von einem Nachfahren Hm Schlammpfütze Da stecke ich meine Finger nicht rein Das sieht ziemlich giftig aus Können wir irgendwas anderes reinstecken Vielleicht ein Brötchen Die beiden Sachen Einfach so kann ich dann Hm Es fehlen noch Sachen Und letzte Nacht war es wieder besonders schlimm? Ja Ich konnte kaum schlafen Sie hat bis zum Morgengrauen rumgespuckt Ist überall herumgeglitten Hat geflüstert Ich hasse es, wenn sie flüstert Kannst du verstehen, was sie sagt? Irgendwas darüber, dass sie uns beschützen will Sie sollte uns lieber mal ausschlafen lassen Hey Wer ist das? Who? Rauskommen Hallo, Mastermind Keine Angst Ich bin's nur Äh Hatten wir dich nicht eingesperrt? Das war ein Justizirrtum Na Dann kannst du ja froh sein, dass wir dich noch nicht gegessen haben Oh Das bin ich auch Hört nicht auf ihn, er lügt Komm mit Und wehe, du brichst noch Aber von wem habt ihr denn eben gerettet? Von der Schwester Oberin Sie geistert hier rum Wenn sie uns nur endlich in Ruhe Darf ich mal kurz mit Faith reden? Nein Faith, bitte Zurück ins Gefängnis mit ihm Bewege und diesmal bleibst du da drin So komme ich bei Ihnen nicht weiter Zuerst muss ich diesen geistlos werden Okay Hilari Hm Hm Ich muss drehen Ach Waren das Doktor Was? Weiß ich nicht Ah Hübsche Kühltruhe Vielleicht kann ich mit dir noch was anfangen Ich mach mal ein Foto davon Vielleicht kriegen wir mal irgendwann wieder einen Bauplan oder so Irgendwie wird sie etwas unterkühlt Unterkühlt? Ich habe genug Bilder von Frauen Oh Vielleicht sollte ich ihn anziehen, damit er mich etwas bremst Ah ja klar Genau Da ist doch ein Loch im Baum In dem Ding Keuschheitsgürtel Das würde ihm nicht gef- Hä? Das ist jetzt Okay Da gehe ich doch nicht freiwillig rein Hä? Okay Das ist irgendwie ein bisschen kaputt Fragezeichen Äh moin TSMZ 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 Okay Das haben wir jetzt erreicht eigentlich Wir haben Otis Mit der Dings zusammengebracht Wir haben Ach den Ring Der Gürtel in die Tüte Welcher Gürtel Achso Der Gürtel in die Tüte Etwas das geliebt wurde Ah Fehlen aber immer noch Gute Idee Aber der Gürtel war schon mal eine gute Idee Ist das ja nicht irgendwie von einem Nachfahren oder so? Irgendwas mit Vom Vorfahren des Toten oder so Oder Nachfahren vom Toten So vor Tatsächlich? Der legendäre Siegelring? Ich hätte niemals gedacht Dass ich ihn einmal in der Hand halten würde Nichts zu danken Kann ich jetzt den Stein in der Lobby haben? Natürlich Aber ich sollte mich erst von der ordnungsgemäßen Funktion des Siegelrings überzeugen Wie meinst du das? Ja? Ja? So? 23 Minuten später So So funktioniert ein Siegelring also Nicht jeder Ich sage Bescheid wenn ich noch einen finde Was war das denn? Keine Ahnung Das klang als kam es aus der Lobby Wahrscheinlich macht Kipp wieder irgendeinen Blödsinn Lass mich raten Jetzt hat genau jemand das Ding geklaut Was ich jetzt eigentlich haben darf Koko hat es verpasst Ich wusste es Moment Wo ist denn der Stein hin? Er war doch vorhin noch hier drin Ich glaube da liegt jetzt ein Zettel Diesmal war ich schneller als du Willst du es haben? Dann beweise was du kannst und such mich Doch ich bin abgetaucht an einem Ort Den du erst finden musst Weißt du noch wo wir uns das letzte Mal getroffen haben Und du so von mir gefesselt warst? Dort ist ein Hinweis Und der andere Hinweis Ist an einem stillen Örtchen versteckt Wenn du wirklich so gut bist wie ich denke Sollte dir das reichen Ich stecke die Nachricht ein Okay das ist von der Geheimagentin Und das letzte Mal getroffen haben wir sie in Faith Sweet Da hat sie mich gefesselt Das sind Zahlen Eine 10 Ist jetzt nicht so schwer zu verstehen Das könnten Koordinaten sein Also einmal die 10 Und nochmal die 10 Ein paar Zahlen Sieht etwas nach Koordinaten aus Zweimal die 10 Oh guck mal hier ist noch eine Orchidee Die wir nicht angefasst haben Das müsste die ungiftige Orchidee sein Die Dora haben will Oh Es gibt nur einen Weg es auszufinden Yes Ja Ein Glück Okay jetzt die Frage Gehen wir zuerst zu Dora In den Dschungel Wegen der Vereinigung Oder fahren wir zu 1010 Dora war wo Auf welcher Insel war Dora denn nochmal Jetzt eigentlich War Dora hier Ja Dora Ich habe etwas für dich Oh ja Eine Herbe Sie verlangt viel Aufmerksamkeit. Drei Dinge sind nötig, um sie zum Erblühen zu bringen. Sie kann nur wachsen, wenn sie mit giftigem Moorwasser gedüngt wird. Wie eine holde Dame muss die Orchidee auch mit Worten umgarnt werden. Der ätherische Klang klassischer Musik erreicht nicht nur die Herzen von Menschen, sondern auch das dieser Pflanze. Woher weiß dein Pifon das alles? Ich habe es gut erzogen. Gar nicht. Hi André. Ach ja, eigentlich war mein Sonntag ganz entspannt. Meine Mama ist ja da und die hat Essen gekocht und so. Und hat noch ein bisschen Hausies mit meiner Tochter gemacht. Also Musik hätte ich. Das scheint die Orchidee nicht zu beeindrucken. Vielleicht muss ich da... Ah, warte mal. Das ist doch ein Spielzeug-Rekorder. Kreis Nation. B-L-L-L-L-L. Kreis Nation. Hi, Sergei. Lachen die Smiley mit lachenden Augen. Lachen das Smiley mit lachenden Augen. Danke, Sergei. Für zwei Sergei Ronis. Also, ich könnte klassische Musik am Hotel aufnehmen. Da bin ich mir recht sicher, dass das geht. Hi, Lenny. Ja, siehst du, wo ist das? Der Rekorder hat mein wunderschönes Klavierspiel aufgezeichnet. Ich nehme ihn wieder mit. Jetzt brauche ich noch Moorwasser. Das gab es am Friedhof, gell? Kann ich noch einen Becher mitnehmen? Ich nehme einen mit. Ja. Warte mal, am Friedhof gab es Moorwasser. Wo war der Friedhof? Der war hier. Auf der Wagugo-Insel, gell? Oh, Otis ist wieder hier. Ey, das ist jetzt fies. Wieso ist Otis wieder da? Oh nein! Danke, dass du das mit Otis für mich arrangiert hast. Ähm, kein Problem. Verkuppeln ist eine meiner Spezialitäten. Und? Wie war's denn so? Ein durchschnittlicher Tag im Leben von Kies. Dein Teil war ja so klein und schrumpelig. Das von Otis hingegen war gigantisch. Also, nach kurzer Zeit. Und ganz fest. Und wohl wie ich... Ich hab mich aller seit... ...über einer Woche nicht mehr rasiert, Alter. Und außerdem... Ich war seit über einem halben Jahr nicht mehr beim Friseur. Na ja, auf jeden Fall wollte ich danke sagen. Und als kleine Gegenleistung lass ich dich laufen. Aber erzähl das bloß keinem weiter. Ach ja, und du versuchst kein Schmerzen anzuzifizieren. Wo ich mit dem gebrochenen Bein nicht runterkomme. Ich werde mich bemühen. Allerdings könntest du ihre Gunst gewinnen, wenn es dir gelingt, den Geist der Schwester Oberin zu vertreiben. Ich brauche aber was von einer Vorfahren... Äh, von einer Nachfahrerin der Schwester Oberin. Ja, Dorian, ich schätze, das ist die... Das ist die Vagina Dentata. Aber... Hoffentlich ätzt sich das... Oh, muss ich mich beeilen, wa? Muss ich mich bestimmt beeilen wieder. Äh... Wo war die Pflanze? Hier? Ich vergesse das immer. Ich habe keine... Auf die Wurzeln! Ja! Hm. Sehr gut. Das hat etwas bewirkt. Was du alles verpasst hast. Dreieinhalb Stunden des Streams heute. Ja! Das scheint der Orchidee zu gefallen. Da tut sich was. Wirkt noch... Und jetzt mit ihr reden? Komplimente also. Das kann ja nicht so schwer sein bei einem Gewächs. Ich weiß ja nicht. Hey, Blume. Bist du immer so direkt? Naja, wir wollen doch keine Zeit verlieren. Larry, das ist eine alte Orchidee, vor der schon die Gründerväter gestanden haben. Okay. Äh... Seid gegrüßt, oh bunter Wildwuchs des Bodens. War das gut? Naja, es hat wohl gereicht. Mach weiter. Wie denn? Mach Komplimente. Was für eine Ausstrahlung. Was für eine Ausstrahlung. Das hat ihr gefallen. Weiter so. Ähm... Dein Wohlgeruch verbreitet sich über die ganze Insel. Selbst Bäume erblassen vor der Pracht deiner Blätter. Dein Wohlgeruch verbreitet sich über die ganze Insel. Hey, so langsam hast du den Bogen raus. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt von deinen Verführungskünften. Ja, ich bin ja auch Larry. Ich glaube, du hast ihr genug Komplimente gemacht. Sie öffnet sich. Oh, Larry. Sie ist aufgegangen. Was für ein unglaublicher Augenblick. Moment. Die Knospe in der Mitte hat sich immer noch nicht ganz geöffnet. Deswegen müssen wir den Akt vollziehen. Ohne das kann ich die Orchidee nicht erforschen. Irgendwas fehlt noch. Ja. In der Aufzeichnung des Marquis steht noch etwas. Wir müssen es treiben. Ich habe herausgefunden, wie einmalig diese Orchidee ist. Sie reagiert auf Wolllust. Körperliche Liebe in ihrer Nähe lässt sie erblühen. Das könnte bedeuten, dass sie auf Pheromone reagiert. Ja, raus mit den... Selge, danke schön. Für 1,50 Euro nochmal zusätzlich obendrauf. Moment, das sind 2 Euro plus 1,50 Euro. 3,50 Euro? Bist du das Monster von Loch Ness? Oh ja. Oh ja. Mit Dora. Dora die Explorerin. Dora die Explorerin. Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass er nicht mehr lebt. Die eklige Pflanze hat auch ein Pergament ausgespuckt. Nennen sie nicht eklig. Sie ist wunderschön. Es ist eine Notiz von dem Marquis de Conard. Das muss er selbst sein. Nö, Lilio. So ist das. Ich bin gerade in der Regenerationsphase eines ultimativen Beinbruchs. Natürlich. Einen Augenblick. Ich hatte vor knapp über einer Woche noch eine schlimme Durchfallerkrankung dazu. Ich habe in der Höhle des kosmischen Wissens etwas über mich gelernt, was ich nie hätte selbstständig und aufgrund dessen natürlich immer ein bisschen überstresst. Niemand soll die Höhle jemals wieder betreten. Cockburn und Gobbledick sollen verflucht sein. Aber prinzipiell bin ich am Leben. Sollen sie es glauben. Doch ich werde am Vulkan nur meinen Schlüsselstein wegschleudern. Für mich selbst habe ich einen schöneren Ort zum Sterben gefunden. Ich werde hineinkriechen und nie wieder herauskommen. Das hat er offensichtlich auch getan. Deswegen ist mein Schlafrhythmus auch voll im Arsch und so. Vielen Dank, dass du mich dabei unterstützt hast. Das war genau die Art Unterstützung, für die ich bekannt bin. Kannst du vielleicht Nora die Kletterausrüstung bringen? Ich kann hier jetzt nicht weg. Die Pflanze muss untersucht werden. Klar doch. Wenn wir die Ausrüstung zu mir überbringen, können wir am Vulkan nach dem Stein suchen. Unsere erste Fährte war wohl doch richtig. Der Marquis hat geschrieben, dass er den Stein dort irgendwo weggeworfen hat. Danke, Lilio. Vielen, vielen Dank. Wenn ich mich nicht irre, ist da immer noch ein Lächeln auf seinem Lächeln. Das wird schon alles wieder. Du kannst da ein Gesicht. Irgendwann lachen wir darüber, dass ich mir beim normalen Laufen im Alltag dreimal das gleiche Bein gebrochen habe. So. Geil. Und ich habe auch absolut keinen Schlafrhythmus mehr. Ich bin ja völlig... Ich penne teilweise morgens um 4 Uhr ein, stehe dann mit Wadenkrämpfen um 7 wieder auf und bin dann verballert und ist alles ein bisschen schwierig. Aber jetzt ist meine Mom erstmal eine Woche da zum Helfen, weil man dann doch mit Krücken so ein bisschen unbeholfen ist. Und ja. Deswegen habe ich Glück, weil meine Tochter ist jetzt da die Woche, weil meine Ex Spätschicht hat. Und... Hä? Guck mal, die kann man doch... Kann man die nicht anfassen? Die kann man doch anfassen, oder nicht? Das müsste die ungiftig... Bist du sicher? Es gibt nur ein... Okay, gibt es die an mehreren Stellen, oder was? Ja. Ein Griff. Nehmen wir mal einfach mit. Kann das hier in die Voodoo-Tüte? Die beiden Sachen funktionieren. Das lässt sich... Ja, stimmt schon. Lillio, das ist auch ein Privileg, was ich sehr zu schätzen weiß. Meine Eltern und so, die werden auch alle nicht jünger. Dora lässt auch Grüße ausrichten und hat mir das hier für dich mitgegeben. Meine glatte Ausrüstung? Sehr gut. Dann kann ich mich endlich weiter auf die Suche nach dem Tatzelgecko machen. Hoffentlich schaffe ich es diesmal, ohne dass dabei alles schief geht. Nora, ist da drüben der Tatzelgecko? Nein, das ist ein komischer Typ, der hier oben am Vulkan lebt. Ach so. Der ist gerade aus dieser komischen Tür gekommen, als ich hochgeklettert bin. Was macht ihr auf meinem Vulkan? Geht weg! Ja, Freunde, jetzt haben wir es aber auch zweimal gleich getrieben noch, in einem Stream. Und ich würde sagen, für heute machen wir Feierabend, oder? Der alte Kreis hat nämlich Schmerzen im Bein und kann langsam absolut nicht mehr sitzen. Ah, weil sitzen einfach auf Dauer... Ne? Ah, immer unangenehmer wird. Und von diesem Krückenlaufen hast du natürlich zusätzlich... Das macht schon Brustmuskulatur. Aber die Hüfte schmerzt halt vom Rumliegen auch und so. Und dann hast du da dieses Panzerbein die ganze Zeit. Und das ist schon ätzend, irgendwie. Das ist schon alles ätzend. Aber auch irgendwie... Nun mal das Leben, das ist einfach so. Guck mal, hier habe ich gestern zweimal hintereinander gespeichert. Ihr wisst ja, nur Double Safe ist Safe. Aber heute riskiere ich es mal, weil wir Double Sex hatten. Ich mag die Larry-Musik voll als Outro-Musik irgendwie. Ich lasse sie euch heute auch noch so ein Minütchen laufen, aber Credits kommen noch. Alter, ihr wart heute wieder ultimativ spendabel. Es waren wieder so viele Leute da. Ultra krass, Leute. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wenn es mit Larry weitergeht. Ja. Ich denke, da werden wir noch ein bisschen was haben. Und wir werden es in vollen Zügen genießen. Dieses wunderschöne Spiel nochmal spielen zu können. Und ich hoffe, ihr kommt gut in die Woche, Leute. Ich hoffe, ihr kommt gut in die Woche. Es ist Sonntagabend. Gleich springen alle Uhren um auf den Montag. Und ich hoffe, ihr könnt trotzdem Freude und Liebe erfahren in all den Tagen. Aber ich denke, morgen Abend irgendwann. Aber vielleicht fange ich morgen erst um neun an. Irgendwo so zwischen acht und neun. Palt mal irgendwo zwischen acht und neun an. Ich sage, der Mausie noch gute Nacht und so. Mache ich alles ganz locker und entspannt. Und dann setze ich mich an den Rechner. Weil wenn die kurz im Bett ist, dann geht meine Mutter auch sowieso schlafen. Die guckt meistens dann eh nur noch ein bisschen Fernsehen. Dann muss ich nicht unbedingt daneben hocken. Und dann kann ich auch hier ein bisschen gammeln und mit euch zocken. Und da habe ich Bock drauf. Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle für diesen wunderschönen Abend. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne, angenehme Gute Nacht und einen guten Start in die nächste Woche. Ich hoffe, wir sehen uns morgen Abend wieder hier bei Larry. Und wenn nicht morgen, dann übermorgen. Ihr wisst, wie das ist. Und wenn nicht übermorgen, dann einen Tag später. Und ich muss auch bei Steady ein bisschen wieder reinkommen in den Podcast und so. Aber im Moment ist halt auch noch ein bisschen viel Arbeit für meinen aktuellen körperlichen Zustand. Und deswegen muss ich das alles so ein bisschen in kleine Häppchen einteilen, damit ich wenigstens meine Videos und meine Streams schon mal habe. Weil, ne, auch wenn Steady natürlich mir gerade den Arsch rettet, aufgrund der Verlustausfälle durch weniger Streams und so. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Wenn die Arbeit dann wieder lockerlässig läuft, dann geht auch alles ganz normal weiter seinen gewohnten Gang. Und dann, ja, können wir alle gemeinsam die Reise durchs Internet weiter erleben. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne, angenehme Gute Nacht und wir sehen uns dann morgen wieder. Schlaft alles schön. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Unterstützung, den tollen Chat wie immer. Und all die wunderbaren moderativen Moderationsarbeiten der Moderatoren. Und die Donations und die neuen Steady vielleicht. Und, danke schön. Schlaft gut. Bis zum nächsten Mal reingehauen und, äh, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.